Und dann ist es wieder soweit. Herzlich Willkommen zur Homeoffice-Ausgabe Nummer 10. Für alle, die jetzt schon freudig gewartet haben, wie ich es aus den Mail gehört habe, dann herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe. Wir freuen, dass wir wieder bei euch im Wohnzimmer sein dürfen und dann wünschen wir einfach viel Spaß. Jetzt geht's los. Ich grüße euch, Frank und Frank, hallo, einen schönen guten Abend euch zusammen. Hallo, Grüße. Ja, eigentlich sind wir ja ganz gut drauf, wenn wir uns hier treffen und wir freuen uns auch immer, uns zu sehen. Aber heute haben wir zu Beginn erstmal eine traurige Nachricht zu vermelden, die Barbara Rütting ist von uns gegangen. Für viele ist sie ein Begriff, nicht nur für die Medien, die war Schauspielerin und Aktivistin und Politikerin, sondern sie war auch wirklich ein ganz, ganz großer Geist in der Friedensbewegung. Vor wenigen Monaten noch haben wir mit ihr Filmaufnahmen gemacht bei der ersten Friedenskonferenz in Erding. Wir hatten sie da im Interview und da war sie noch so vital und fit und leider, leider ist sie jetzt schon von uns gegangen. Ja, Robert, du sagst es, ihr hattet sie im Dezember noch interviewen können, wie du gerade sagtest, auf der Friedenskonferenz. Wir hatten auch noch einen Interviewtermin mit ihr vereinbart, der wäre dann, glaube ich, sogar nächste Woche gewesen. Ja, schade, dass es dazu jetzt nicht mehr kommen kann. Das geht so schnell. Es war, glaube ich, auch, hatte nichts mit der aktuellen Krise zu tun, sondern das war eine andere Ursache. Ich habe 92 Jahre alt bis ins hohe Alter geistig aktiv und fit und hat sich wirklich eingesetzt für die wichtigen Dinge auf dieser Welt. Also da ist ein großer Geist von uns gegangen und in diesem Moment bin ich einfach nur ein bisschen traurig in dieser Zeit, die sowieso schon angespannt ist. Aber das wollte ich unbedingt noch mitgeben. Wir werden unten einen Link anfügen zu einem kleinen Trailer, den es gibt von der Friedenskonferenz. Da sind vielleicht die letzten Filmaufnahmen von ihr drauf. Da könnt ihr euch einen Eindruck machen, was sie für ein toller Geist war überhaupt. Und ja, in diesem Sinn, dann kommen wir zu unseren eigentlichen Themen zurück in die Realität, in die harte Realität. Habt ihr mal kurz auf der Tagesschau.de-Seite vorbeigeschaut? Da gibt es ja wirklich einen tollen Artikel. Was sagt ihr denn dazu? Ja, wenig überraschend. Das ist halt ein Trend, den wir ja schon länger sehen, wie die Meinungshoheit, die Deutungshoheit, insbesondere im Internet, soziale Medien, wie das ein Schlachtfeld ist. Mainstream gegen freie Medien, alternative Medien oder auf der anderen Seite könntest du auch sagen, Regulierung von oben versus Volksmeinung oder wie die Menschen halt selber ticken. Ja, das erleben wir halt schon eine ganze Weile, dieses Thema. Und jetzt im Zuge der Corona-Krise wird natürlich auch dort das verschärft. Ich glaube, wir hatten das schon in einer unserer ersten Sendungen auch schon angesprochen, wenn ich mich recht erinnere, dass es auch für uns irgendwann kommen kann. Weil halt jetzt in dieser Ausnahmesituation natürlich auch alle kritischen Stimmen nicht gern gehört werden. Und tatsächlich gibt es auch sehr viele Leute, die halt auch aus der Angst heraus oder auch aus der Irrationalität heraus agieren. Aber letztens, ich meine, Meinungsfreiheit ist nicht etwas, was du mit den Moden irgendwie so mal kommen und mal gehen lassen kannst. Sondern auch in schwierigen Situationen ist es sehr wichtig. Und ich sage das auch von Anfang an, auch bei der Bewertung der wissenschaftlichen Fragen rund um das Virus. Was ist das so für eine Krankheit? Was wären die richtigen Maßnahmen? Auch da sage ich von Anfang an, hey, wir brauchen eine Meinungsvielfalt. Das brauchen wir in der Wissenschaft, das brauchen wir in der Politik. Das brauchen wir auch in der Öffentlichkeit und das brauchen wir eben auch im Internet. Und davor kann ich auch nur warnen, wenn jetzt da halt hier versucht wird, uns mehr und mehr mundtot zu machen. Ich meine, wir erleben das schon, haben an der Ruhe schon oft gesprochen, wie das bei YouTube lief, dass wir immer weniger auch empfohlen werden von YouTube und so weiter. Aber man muss aufpassen, dass das nicht in eine noch krasse Richtung geht. Aber im Grunde genommen nichts Neues, nichts Überraschendes. Aber umgekehrt, habt ihr denn gehört von der neuen Bekämpfung von Desinformationen von der EU, von Ursula von der Leyen? Uschi. Hat Uschi was Neues gebracht? Oh, komm. Lass hören. Ja, wir hatten es ja davon. Wir hatten ja auch schon gesprochen, dass es irgendwie so ausschaut, dass von der EU gar nichts mehr kommt. Alles, was jetzt gerade irgendwie das Heft des Handelns in der Hand hat, das sind die Nationalstaaten, vielleicht sogar die Bundesländer, bis runter zu den Bürgermeistern und Kommunen. Und jetzt kommt mal wieder was von Ursula von der Leyen. Hat sie vor zwei Tagen, hat sie so ein kleines Video aufgenommen, knapp drei Minuten, wo sie erst mal davor warnt, Leute, Fake News rund um Corona. Und da zählt sie auf halt alternative Gesundheits- oder Heilungsmöglichkeiten. Alle möglichen Dinge. Und erzählt sie, dass es ganz gefährlich ist. Und dass sie die Verantwortung hat, als europäische Anführerin oder Politikerin die Bürger zu schützen. Und dann das Spannende ist, dann verweist sie auf eine Website, wo sie sagt, hier sind sozusagen wir mit den wahren Fakten und so weiter. Und ich bin mal auf diese Website gegangen. Und Leute, das ist wirklich, ich kann es nicht empfehlen, deswegen will ich gar keinen Link reinstellen. Aber nur als Quellenangabe, es ist ec.europa.eu. Und dann geht es noch weiter, Info, unsere Bekämpfung von Desinformationen. Alle Punkte, die hier aufgeführt sind, die haben nur damit zu tun, zu zeigen, wie gut doch die Europäische Union ist. Und wie hilfreich hier. Punkt eins, EU-Länder sind und bleiben die besten Partner füreinander. Und zeigen sich zunehmend solidarisch. Punkt zwei, rund um die Uhr legt die EU Hilfsgütervorräte an. Denn EU- und Mitgliedstaaten kümmern sich um unterschiedliche Bereiche in Absprache miteinander. Also nicht ein einziger Punkt, der hier erwähnt ist, hat irgendwas jetzt mit Verbraucherschutz zu tun oder wirklich klare Informationen, die du jetzt suchst. Was weiß ich, helfen Masken oder helfen sie nicht? Wie war das mit dem Ibuprofen? Wie ist es jetzt mit diesem Chlorokin, mit diesem Malariamittel? Nichts von diesen Dingen taucht hier auf. Das Einzige, was es hier geht, ist, hey, die EU, wir arbeiten die ganze Zeit. Wir sind hier voll die Checker in dieser Situation. Und das ist wirklich fast schon peinlich, das so anzugucken. Das sind auch nur ein paar Punkte. Und das ist jetzt also diese große Seite, auf die Ursula von der Leyen verweist in der Krise, Bekämpfung von Desinformation. Ey, wenn ihr mich fragt, absolut peinlicher Auftritt, sowohl das Video als auch hier diese Webseite. Ein bisschen wie Durchhalteparolen, oder? Ja, wie ein bisschen so, hey, wir sind auch noch da. Im Grunde genommen sind sie gerade bedeutungslos und möchte sich einfach wieder ins Gespräch bringen. Und um nichts anderes steht dort auf dieser Seite. Wird halt so aufgezeigt, wie toll doch die EU hier in dieser Corona-Krise zugange ist. Ja, weil du es vorhin gerade sagtest, was sie nicht gesagt hat, wie das jetzt zum Beispiel mit dem Chlorokin sich verhält. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon gesagt, dass es Alarm aus Frankreich gab, die vor dem Einsatz von dem Chlorokin eher abgeraten haben, weil es dann doch zu vielen Herzversagen geführt hat. Und jetzt war dann heute zu lesen, Bayer rüstet Werke in Europa für Malaria-Medikament um. Also genau dieses Zeug wird jetzt halt in Masse produziert im Kampf gegen Covid-19. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Da kann sich ja jeder selber dazu sein Teil denken. Aber wie du sagtest, es wäre eigentlich Aufgabe der höchsten Institutionen, mal darüber aufzuklären, wie es denn nun ist. Weil wir lesen bei dem einen das. Bei dem einen, die einen sagen, oh Gott, nehm bloß nicht dieses Zeug, da sterben die Leute noch schneller. Und dann schreiben die anderen, ja, wir produzieren das jetzt überall ganz groß. Also geht's noch. Also so kann man natürlich noch zu sehr viel Verunsicherung führen. Was ja bei uns auch der Fall ist, weil, weiß ich nicht, kann ja irgendwas nicht stimmen. Aber gut, wir fragen uns ja sowieso die ganze Zeit hier, was sind jetzt die ganzen Hintergründe. Das wollen wir ja dieser Ausgabe mal eher weniger tun. Wir wollen uns ja heute mal mehr mit den gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigen. Das ist das, was vielleicht auch mit am relevantesten wird von allen Sachen. Ich meine, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind klar. Die werden viele Leute ganz schön hart treffen und auch ganz schön straucheln lassen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was das auch mit uns als Gesellschaft macht. Gestern ist eine junge Frau mit dem Fahrrad auf mich zugefahren, als ich gerade mit dem Hund spazieren war. Und die hat aus zehn Metern Entfernung dann, bevor sie auf uns traf, den Schal hochgezogen und ist dann wirklich so wie so in so einer Panikreaktion mit dem Schal über dem Gesicht an uns vorbeigefahren und dann hat sie ihn wieder weggemacht. Und aus diesem Gedankenmuster heraus kann ich das ja noch nachvollziehen. Aber das wird nicht so einfach wieder weggehen hinterher. Wenn es dann heißt, jetzt ist alles wieder gut, jetzt passt wieder alles, dann hinterlässt es Spuren. Vor allem auch eine Mail von einem Zuschauer, der gesagt hat, was macht das mit unseren Kindern? Er muss jeden Tag seinen Kindern erklären, warum jetzt keine Schule mehr ist, wieso er nicht auf dem Spielplatz mit denen kann, warum der Zoo geschlossen ist, warum alle Freunde nicht mehr kommen dürfen. Für Kinder ist das eine nicht nachvollziehbare Situation. Wenn sie zu klein sind, ist es besser. Aber wenn sie zu einem mittleren Alter sind, wie erklärt man denen, dass gerade die ganze Welt zu einem Stillstand gekommen ist, ein Ereignis, was vorher noch nie passiert ist? Was macht das mit unseren Kindern? Ich glaube, wir haben neulich diesen Gedanken auch schon mal aufgegriffen. Frankie, du hast das mal gesagt, so die Corona, Generation Corona, ja. Nicht Generation X oder Y oder Z, sondern was passiert mit den Jugendlichen, die jetzt in dieser Krise aufwachen? Und da gab es auch noch einen Kommentar von einem, der gesagt hat, so diese Schneeflockengeneration, also diejenigen, die bisher noch nie eine Krise gekriegt haben, sondern die immer nur eine gefühlte Krise hatten, die ganzen Fridays-for-Future-Demonstranten, die eigentlich immer aus diesem behüteten Umfeld herauskamen und jetzt zum ersten Mal mit einer wirklichen Krise konfrontiert werden. Was macht das mit diesen jungen Leuten und mit uns insgesamt? Und das ist dann natürlich wirklich etwas, was wir heute besprechen wollen. Und dazu haben wir heute einen Gast eingeladen, worauf ich mich schon riesig, riesig freue. Den kennen auch schon viele Leute, die bei uns zugeschaut haben. Er ist ein brillanter Geist, er ist ein Psychiater, er ist Psychoanalytiker, er hat viel Lebenserfahrung gesammelt und ich muss gestehen, nachdem ich Interviews mit ihm gemacht habe und auch in anderen Gelegenheiten mit ihm zusammenkam, hat sich mein Weltbild plötzlich um einiges erweitert, weil ich verstanden habe, was auf der tiefen psychologischen Ebene bei vielen Aspekten im Leben mit den Menschen passiert. Und wenn ihr Lust habt, dann würde ich einfach nur sagen, herzlich willkommen, Herr Dr. Hans-Joachim Marz. Einen schönen guten Abend, Herr Dr. Marz. Danke, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen, hier am Abend mit uns über große Verwerfungen in der Gesellschaft zu sprechen. Zuerst auch wie immer an Sie die Frage, wie geht es Ihnen persönlich in Ihrem Umfeld mit Ihrer Familie? Wie ist die Situation bei Ihnen zu Hause? Ja, ich bin gesund noch und mache täglich eine Stunde Spaziergang mit Frau und Hund, das tut mir gut und mit Freunden und Kollegen bin ich im ständigen Austausch. Wir haben uns einen Chat eingerichtet über WhatsApp, das war für mich auch was ganz Neues, ich habe das immer verachtet, diese unpersönliche Kommunikation. Aber jetzt ist es sehr hilfreich, weil wir uns austauschen, auch unsere Gefühle, unsere Ängste, Empörung, Wut, aber eben auch Informationen, was alles so von verschiedener Seite wichtig ist zu wissen. Und ich muss da für Sie mal eine Lanze brechen, dass wir also die letzten zwei Tage in Kontakt waren, hatten Sie massive Probleme mit Ihrer Skype-Verbindung hier und Sie haben sich da wirklich durchgeboxt und haben das alles hingekriegt. Also Respekt, ja, auch ein Vorbild für Herrschaften in Ihrem Alter, dass man dieser Technik durchaus offen gegenüber sein kann. Das brauche ich mehr in meinem Leben. Aber wir haben jetzt... Ich bin ein Leben mit direkter Kommunikation ausgekommen, ja, aber ich sehe das ein und finde es jetzt auch gut, dass das möglich ist. Ja, wunderbar. Ja, also wir sind in der Stunde X angekommen sozusagen jetzt. Jeder ist am Straucheln und am Überlegen und was passiert. Ich verfolge die ganze Zeit auch viele Sendungen mit Psychologen, mit Kollegen von Ihnen, die das versuchen, irgendwie einzuordnen und zu analysieren. Wie ist denn da so das Stimmungsbild, wenn Sie mit Ihren Kollegen da sich unterhalten? Was können Sie jetzt da für ein Bild zeichnen aus unserer Gesellschaft gerade? Also wir sind uns, es sind ungefähr so 30 Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns ziemlich einig über die Problematik. Also dass irgendetwas nicht stimmt oder nicht gut ist für die Menschen, und zwar geht es uns, wir sind ja alles Psychotherapeuten, um die Kombination, also es gibt offensichtlich eine reale Bedrohung, Virus, Infektionsangst und die wird in einer Art und Weise uns angeboten. Also ich sehe die Politik und die Medien stark beteiligt, eine Panik zu erzeugen und in einer solchen Situation, wo es also eine zunehmende Bedrohungsgefühl gibt, werden in allen Menschen auch die latenten Ängste, die Bedrohungen, die ein Leben lang schon eine Rolle gespielt haben oder in sozialen Verhältnissen eine Rolle gespielt haben, aber die gut kaschiert waren, die kompensiert waren, werden jetzt sozusagen wachgerüttelt, sodass eine sehr starke Bedrohungsangst, eine Panik, die fast wahnhaften Charakter angenommen hat, aktiviert. Und das ist das Thema, was uns interessiert, dass wir verstehen und helfen können, wie die Realangst, berechtigte Angst, wie sehr könnte die auch überzogen sein, in der Lage ist, eben ganz individuelle Ängste und Bedrohungsgefühle zu aktivieren, sodass so etwas wie ein kollektiver Wahn entsteht, also eine kollektive Panik, die eben alle Menschen erreicht. Und wenn ich das weltweit betrachte, habe ich nicht den Eindruck, dass das Virus bedingt ist, sondern das ist sozusagen eine Infektion der Angst über die modernen Medien, also über Internet, über Handy, dass sich das so weltweit ausbreiten kann. Und da ist natürlich die Frage für uns, was spielt da eine Rolle? Sind wir Menschen, im Moment die modernen Menschen, so an der Grenze dessen, was wir aushalten können an Leben, an Lebensqualität? Hat sich das erschöpft? Sind wir irgendwo am Ende mit unserer Lebensart? Und benutzen jetzt ein Virus, also ich gehöre nicht zu den Virusleugnern, wie es ja schon schlimmerweise heißt, oder Pandemieleugnern, ganz im Gegenteil, nein, aber wir haben ein Virus, wie schon immer, die Menschen an Viren erkranken, aber es hat eine besondere Mächtigkeit, könnte es sein, dass jetzt etwas auf das Virus, auf die Erkrankung, auf die Infektionsangst projiziert wird. Also in meiner Sprache, dass innerseelische Spannung, innerseelische Ängste, innerseelische Bedrohungsgefühle nun externalisiert werden und projiziert werden, das Virus ist schuld, dass es mir jetzt so schlecht geht oder dass die Lage so eskaliert und Bedrohungen in einer Art und Weise empfunden werden, wie eben schon lange nicht mehr. Das ist unser Thema. Könnte man dann schon so weit gehen, sagen, dass die Krankheit oder dieses Virus, dass es ein Ausdruck ist von einem Menschen, der vorher schon im Ungleichgewicht war, der vorher schon gewissermaßen krank war und dass das jetzt so ein weltlicher Ausdruck von dem ist? Das, genau so etwas meine ich. Also für mich ist ja überhaupt keine besondere Erfahrung, dass sehr viele Menschen, also nicht nur die sogenannten schwer psychisch Kranken oder Verrückten oder so, dass wir eigentlich alle ja an einer Art von psychosozialer Entfremdung leiden. Das hat etwas mit unserer Entwicklung zu tun, mit der Qualität der Frühbetreuung in der Kindheit, dann wie die Gesellschaft uns sozusagen braucht oder missbraucht, welche Entfremdung wir erleiden. Und damit kann man recht und schlecht leben und wir leben oder alle sind bemüht, es möglichst gut hinzukriegen und dazu brauchen wir Ablenkungsmöglichkeiten, Kompensationsmöglichkeiten. Also eine Entfremdung, die da ist, wird kaschiert, wird kompensiert. Das hat aber immer irgendeine kritische Grenze und da denke ich, vielleicht ist diese, oder ich bin mir sicher, ist diese kritische Grenze erreicht, dass wir so nicht mehr wie bisher befriedigend, gesund weiterleben können. Und jetzt wird im Grunde genommen eine äußere Situation benutzt, die jetzt dafür schuldig erklärt wird. Also jetzt ist das Virus schuld. Jetzt bricht im Grunde genommen ja alles zusammen an bisherigen Beziehungen, an Wirtschaftsfolgen. Die werden ja ziemlich verheerend sein. Jetzt kann man immer wieder sagen, ja, das ist dem Virus anzulasten und wir sind raus oder viele sind raus aus der Erfahrung oder Erkenntnis. Es hat etwas mit jedem von uns zu tun, mit unserer Lebensform oder der Lebensform, die uns in den letzten Jahrzehnten eben doch auch aufgezwungen worden ist. Nun wird das ja weitreichende Konsequenzen haben mit jeder Woche, die dieser Zustand jetzt länger andauert. Es potenzieren sich ja auch noch andere Ängste, nicht nur vor dem Virus, sondern bei vielen kommen ja noch Existenzängste dazu. Wie schätzen Sie das ein, wenn dieser Zustand jetzt noch über weitere drei, vier Wochen anhält? Bekommen wir das gesamtgesellschaftlich dann auch nach der Krise wieder gelöst oder welche neuen Konfliktherde entstehen da jetzt gerade ganz parallel zu dieser Corona-Krise? Also aus meiner Sicht gibt es bestimmt eben ein Leben vor Corona und ein Leben nach Corona. Ich fürchte, dass das Leben nach Corona, dann ist die Frage, wird es das überhaupt so geben? Gibt es einen Zeitpunkt, wo man dann sagen kann, so, jetzt haben wir kein Virusproblem mehr? Gibt es da nicht vielleicht schon wieder eine neue Variante einer solchen Bedrohung? Also es wird real für sehr viele Menschen eine wesentliche Lebensveränderung bedeuten. Das wissen wir ja schon jetzt, Insolvenzen und bestimmte Lebensformen nicht mehr so funktionieren, dass man davon auch materiell gut leben kann. Und das ist jetzt genau die Gefahr, dass es jetzt wiederum dann der Mensch sagen kann, ja, wenn es das Virus, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte, hätte ich vielleicht gut weiterleben können, ohne zu realisieren, dass das bisherige Leben eben so gut nicht war. Es hat uns irgendwie auch an eine Grenze gebracht, also an die Grenze, die wir ja alle irgendwie kennen, die mit Umweltschäden, mit Klimaproblemen, mit Finanzierungsproblemen, mit Migrationsproblemen zu tun hat. Also riesen Probleme, die, sagen wir mal, kritisch geworden sind. Und dann kann man sagen, okay, jetzt ist das Virus schuld und wir haben jetzt real neue Probleme. Viele Menschen werden sich neu orientieren müssen. Und mit der großen Gefahr, dass man wiederum nichts begriffen hat, dass das was mit uns selbst, also mit unserer Entfremdung oder der dann auch kollektiv aufgedrungen Entfremdung zu tun hat, man externalisiert es wieder auf eben äußere Probleme. Und von daher habe ich große Sorge und Bedenken, dass die Zeit nach dieser Krise jetzt eben nicht wirklich besser wird. Ich habe noch eine Frage zu dem Social Distancing. Jetzt isolieren wir uns ja, wir gehen uns alle gegenseitig aus dem Weg. Ich war erstaunt, wie schnell die Menschen dieses Programm sozusagen verinnerlicht haben und sozusagen schon ganz automatisiert Abstand voneinander halten. Dann kommt jetzt demnächst wahrscheinlich noch irgendeine Maskenpflicht, die dazu führt, dass man die Mimik und Gestik des anderen nicht mehr erkennt. Also wozu führt das in unserer Psyche? Also wird es uns gelingen, diese Kontaktsperre sozusagen auch irgendwann genauso schnell wieder aufzulösen, wie wir sie jetzt sozusagen schon in uns verinnerlicht haben? Also diesen Begriff des Social Distancing halte ich für eine ganz schlimme Formulierung. Ich habe schon jetzt mal die Idee entwickelt, das zum Unwort des Jahres 2020 vorzuschlagen, weil das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann oder was wir eingehen können, wäre soziale Distanz. Wenn man daraus gemacht hätte, okay, es ist für eine bestimmte Zeit eine körperliche Distanz sinnvoll, eben solange tatsächlich eine reale Infektionsgefahr ist, dann kann man das gelten lassen. Aber die Frage ist, warum benutzt man ein solches Wort? Ich habe immer das Gefühl oder die Erfahrungen meiner Arbeit, die meisten Menschen leben schon viel zu sehr in sozialer Distanz. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie nicht mehr in der Lage sind oder keinen Mut mehr haben, zunehmend auch in der letzten Zeit, sich wirklich mitzuteilen, also sozial in Beziehung zu gehen, wie wir sagen. Und das heißt, ich teile mich mit, so wie ich wirklich denke. Ich kann die Erfahrung machen. Ich werde gehört. Ich werde verstanden. Ich bin Menschen im Kontakt, die sich interessieren für das, was ich zu sagen habe und werde nicht bewertet oder sogar gleich irgendwie diffamiert oder so. Und das Gleiche andersrum. Ich höre zu und so weiter. Diese wesentliche soziale Beziehungstätigkeit brauchen wir eigentlich, um gesund zu sein, um uns wohlzufühlen, um Lebensqualität zu haben. Aber die ist vielfach gestört. Also viele Menschen haben das gar nicht mehr gelernt. Sie haben lernen müssen, sich zu behaupten, groß darzustellen, sich durchzusetzen, zu heucheln, also etwas von sich mitzuteilen, einen Schein, einen sozialen Schein herzustellen. Und wie wir eben auch in der letzten Zeit, in den letzten Jahren beobachtet haben, werden abweichende Meinungen vom Mainstream, von der politischen Gerektheit ja immer stärker diffamiert, sodass eine zunehmende Einschüchterung auch noch auf diese Weise passiert. Also ich habe die Befürchtung, dass mit diesem schrecklichen Begriff der Distanzierung wir auch etwas realisieren oder fortführen, was sowieso schon zu unserer Störung gehört. Also wenn es etwas Besseres in der Zukunft geben sollte, dann müssen wir uns sehr dafür interessieren und engagieren, dass Menschen lernen, neu lernen oder wieder lernen, gut zu kommunizieren, gut im Kontakt zu sein. Ich habe ja mit meinen Freunden und Kollegen diese Stiftung und den Begriff der Beziehungskultur geprägt. Und das meint eben auch einen sozialen Kontakt, der unverstellt, der ehrlich ist, der wirklich mit zuhören und verstehen wollen und gefühls die Übermittlung auch den Menschen hilft, sich wirklich auch auszutauschen und dadurch verstanden werden, sich auch wohlzufühlen. Unsere Spaßgesellschaft kam ja jetzt plötzlich zu einem abrupten Stillstand, wenn ich denke, was für einen Raum in der öffentlichen Wahrnehmung der Fußball alleine in unserem Land einnimmt. Bundesliga abgesagt, Champions League, Europameisterschaft, Olympia sogar. Also sprich, diese ganzen Aktivitäten, die die Menschen sonst als Ablenkung haben, das gibt es plötzlich nicht mehr. Was macht das mit den Menschen, die jedes Wochenende gewohnt waren, ins Stadion zu gehen, dieses Massenerlebnis haben? Die werden jetzt quasi kaserniert zu Hause, müssen sich mit den Familien auseinandersetzen. Der Papa ist jetzt plötzlich die ganze Zeit um mit den Kindern da. Der konnte jetzt nicht mehr fliehen. Der kann jetzt nicht mehr zum Motorradclub gehen. Also verstehen diese ganzen Beispiele, die es da gibt. Fußball ist da nur ein Platzhalter dazu. Was macht das mit den Menschen, wenn die jetzt in dieses gewohnte Muster nicht mehr eintauchen können und sich dann zwangsweise mit sich und ihrer Umgebung viel näher auseinandersetzen müssen? Brechen da nicht viel eher dann Konflikte auf und wird da etwas Angestautes dann nicht erst so richtig loskommen? Ja, genau. Das macht sehr viel mit uns aus. Und zwar muss man das so verstehen, also ich spreche ja von der Entfremdung, die wir alle irgendwie erlitten haben und die uns aufgenötigt worden ist von früher Kindheit. Etwa die allgemeinste Formel wäre, ich darf nicht sein oder werden, der ich eigentlich sein kann, also was angelegt ist in mir, sondern ich musste schon sehr früh lernen, wie ich sein sollte, wie ich den Eltern gefallen kann, wie ich in der Gesellschaft dann zurechtkomme. Und diese Entfremdung, die braucht tatsächlich Ablenkung, die braucht Kompensation, die braucht Animation. und so schafft sich im Grunde genommen jeder Mensch aufgrund seiner spezifischen Entfremdung auch Formen in dieser Ablenkung. Das mag Fußball sein, das mag, weiß ich, in die Kneipe gehen sein, gut essen sein, tanzen gehen, was auch immer. Also jeder hat so seine Möglichkeiten. Das ist alles auf Eis gelegt und das heißt, im Grunde genommen sind jetzt alle Menschen beraubt dieser sekundären Möglichkeiten, ihre eigentliche Selbstentfremdung irgendwie kompensieren zu können und sich abzulenken. Das kann nicht gut gehen. Also ich sage das voraus, dass in zwei, drei Wochen die Erkrankungen zunehmen werden. Also richtige Depressionen, Ängste, aggressive Zustände, Konflikte werden zunehmen, Gewalt wird zunehmen, alle möglichen Erkrankungen, die schon da sind, werden sich verstärken. Also wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir Menschen jetzt für eben längere Zeit, da haben wir zwei, drei, vier Wochen, ist das dann eine längere Zeit, dieser sekundären Beschäftigung, Ablenkung, Kompensation beraubt sind, dann ist das so, als würde uns die Droge genommen werden. Wir kommen dann wie in einen nackten Entzug und das ist tatsächlich mit einer Drogenerkrankung zu vergleichen. Das wird einen erheblichen inneren Stress bedeuten und da kann man sich vorstellen, im Grunde genommen gibt es dann zwei Richtungen. Nach innen Selbstbeschädigung, also Erkrankung und ja, auch Streit und Konflikte und das ist dann der zweite Weg nach außen, dass man dann sozusagen sich abreagiert, dass die Gewalt zunimmt und die Gefährlichkeit, die sich jetzt schon andeutet, dass man andere verfolgt, für schuldig erklärt. Ich habe das in meiner Stadt hier gerade gehört, dass sich der Bürgermeister gebeten hat, dass die Menschen aufhören sollen, andere zu denunzieren, die jetzt zu dritt oder zu viert in der Stadt oder irgendwo im Park angetroffen sind. Das hat offensichtlich schon enorm zugenommen, dass jetzt Menschen, die sich nicht an die Empfehlungen oder Regeln halten, denunziert. Also ich bin natürlich als ehemaliger Ostdeutscher entsetzt, weil ich diese Denunziationsproblematik ja zutiefst erlitten und erfahren habe und dass das jetzt schon wieder da ist. Aber das hat mit diesem inneren Frust zu tun, mit der Unfähigkeit, sich auf die gewohnte Weise zu kompensieren und Ersatzweise zu befriedigen. Das Ganze klingt ja wirklich wie eine Schocktherapie. Also alle Ablenkungen sind nicht mehr möglich. Der Mensch wird mit sich selbst konfrontiert und mit der Wirklichkeit. Ein Reality Check, wenn man will, könnte man vielleicht auch sagen. Wie ist es denn bei Ihnen? Ich meine, Sie sind Psychotherapeut. Wir wissen, dass heute im gesundheitlichen Bereich die ganzen Krankenhäuser, Intensivmediziner, die bereiten sich auf die große Welle vor. Wie ist es denn mit Ihrer Berufsgruppe? Bereiten Sie sich jetzt auch, wenn Sie mit Ihren Kollegen sprechen, auch auf eine ganz große Welle vor, wo auf Sie und Ihre Kollegen ganz, ganz viele Arbeiter in der nächsten Zeit zukommen und entwickeln Sie da vielleicht sogar Strategien, wie man dagegen steuern könnte, wie man helfen könnte, wie man das irgendwie ablindern könnte, wenn durch diese Schocktherapie viele Leute nicht in der Lage sind, mit dieser Konfrontation umzugehen? Wie gehen Sie als Psychotherapeut und Ihre Kollegen damit um? Ja, es ist wie immer, dass dieser Schock, dieser psychosoziale Schock entweder eben seelisch, psychosomatisch ausgetragen wird oder eben dann zu körperlichen Erkrankungen oder wie gesagt sozialen Konflikten führt. Zu uns kommen also die Menschen, die jetzt in einer zunehmenden Angstsituation, Angststarre vielleicht, Bedrohungsgefühle, Verzweiflung, Hilflosigkeit, sich nicht mehr orientieren können. Sie hören das und hören das und sind in Gefahr, dann eigentlich dicht zu machen. Also das nimmt zu, Ängste, depressive Verstimmung, Hilflosigkeit und die bei vielen Menschen auch nach innen, also psychosomatisch ausgetragen wird. Also weiß ich, zunehmende Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder Magenschmerzen und Blutdruck und solche Sachen. Und in unserer Arbeit steht im Moment tatsächlich diese reale Symptomatik, die aktuelle Symptomatik im Vordergrund und wir müssen ständig helfen, Menschen, also dass sie differenzieren können, was ist jetzt reale Bedrohung durch die Infektionsgefahr und was ist in ihnen aktiviert an eben schon längst lebensbedingten Ängsten und Problemen, weswegen sie ja eigentlich auch schon mal in Therapie gegangen sind. Das ist jetzt überlagert durch diese äußeren Bedingungen mit der großen Gefahr, dass man jetzt tatsächlich den äußeren, der äußeren, also der Virus Bedrohung das Hauptaugenmerk schenkt, also wieder die Externalisierung, das ist jetzt sozusagen der Grund, der mich so belastet und die eigentlichen innerseelsen Probleme sind damit verschwunden. Also unsere Arbeit besteht darin, differenzieren zu helfen, was ist real, was ist irreal, was ist übertrieben, was ist eine unangemessene Panik und wir müssen helfen, Menschen zu ermutigen, dass sie sich tatsächlich vielseitig informieren. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Reaktionen, also ich beobachte auch, dass es zunehmend Menschen gibt, die wollen alles hinnehmen, was geschieht. Die wollen keinen Zweifel haben, wollen keine Fragen mehr stellen, also sie schlüpfen sozusagen unter den Rettungsschirm des Autoritären, um eine Orientierung zu haben, um einen Hals zu haben. Es ist vielen Menschen im Moment sehr schwer, eine eigene Meinung zu haben, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind sofort außerhalb des Mainstreams, sie werden ausgestoßen, sie gehören nicht mehr dazu als Kritiker und das macht es im Moment für uns so schwierig, die Arbeit. Der psychosoziale Schock, von dem Sie sprechen, sehen Sie die Gefahr, dass das auch ein, wenn irgendwann mal diese Geschichte vorbei ist, wo wir ja auch gar nicht wissen, ob es vorbei ist, aber wenn es in naher Zukunft, glauben Sie, dass das auch einen politischen Schock nach sich ziehen könnte oder jetzt ganz vereinfacht gefragt, ist die Demokratie in Gefahr? Ist die Demokratie dann ein geeignetes System für eine Gesellschaft, die in einem psychosozialen Schock ist? Das fürchte ich und in einer gewissen Weise gibt es ja schon Anzeichen, die ich jetzt mehr auf der psychotherapeutischen Ebene beschrieben habe, dass man aus der Verunsicherung unterschlüpft, unter autoritäre Empfehlungen oder Regeln, wie es jetzt heißt, das könnte sein, dass das für viele Menschen wieder eine Möglichkeit eröffnet, sich anzupassen, Mitläufer zu werden. Also wenn es eine solche Tendenz gibt, das wird man ja beobachten müssen, dass die Situation auch von politischen Kräften, von ökonomischen Kräften, genutzt wird, um stärkere autoritäre Verhältnisse wieder durchzusetzen, dann glaube ich, ist die Gefahr groß, dass viele Menschen sich erst mal da gerne einordnen und unterordnen werden, einfach aus, um aus ihrer Verunsicherung zu kommen. Ja, wenn es also irgendein tieferes Motiv gäbe, das Virus zu verwenden, ich bin überhaupt dann wäre das nahezu genial, die Menschen so in Angst zu versetzen, damit sie nicht mehr protestieren, nicht mehr nachdenken, alle Regeln befolgen. Und das ist aber das, was mich erschreckt, dass das offensichtlich in vielen Menschen einfach vakant ist oder gewesen ist, als hätte man eine Sehnsucht, endlich wieder klare Anweisungen zu kriegen, wieder etwas befolgen zu können, mit dem großen Nachteil, dass man jetzt auf andere Zeit und die denunziert, die sich jetzt nicht so dran halten wollen. Und dann gibt es natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten wollen, die das für übertrieben und falsch halten. Das sind meistens die Menschen, die schon in sich so eine starke Bedrohungserfahrung haben, gesteckt behandelt worden sind, die Traumatisierungen, also frühe Traumatisierungen als Kinder erlebt haben und von daher schon immer verunsichert sind, im Protest sind, sich schlecht einordnen können, die haben es im Moment besonders schwer, weil sie eben mit Regeln nicht gut zurechtkommen und die sind dann auch in Gefahr, dass sie sich gerade nicht anpassen, auch wenn sich diese krisenhafte Situation etwas entspannt, die dann sehr viel stärker wieder im Protest sein werden, die Revolte wollen, die sich wieder sozusagen abreagieren wollen. Also diese Gruppe sehe ich auch als ein Problem für die Zukunft. Eine abweichende Meinung von von oben verordneten Narrativen ist ja in den letzten Jahren massiv angegangen worden, zum Beispiel 11. September, wenn ein Wissenschaftler, ein Historiker einen alternativen Vortrag hält zu gewissen Einsturzursachen, dann wird das gleich abgebügelt vom Mainstream auch, das gleiche haben wir erlebt bei der Diskussion um den Klimawandel, sämtliche Wissenschaftler, die sich auch gut mit der Materie auskennen, wurde jedes Podium verweigert, es gibt also gar keine Möglichkeit alternativen Gedanken zu äußern, und das sehe ich jetzt auch hier mit einer viel größeren Kraft durchdringen, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, auf tagesschau.de ist ein neuer Artikel gekommen, der also alternative Seiten wie unsere oder von Kollegen also ganz böse stigmatisiert und brandmarkt und es wird auch nicht mal ansatzweise auf die Stimmen eingegangen, die zumindest vorsichtig mahnen oder die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen infrage stellen, es gibt genügend Ärzte und Wissenschaftler, die jetzt gewisse Bedenken geäußert haben, da wird aber drüber weggebügelt wie mit dem Rasenmäher und es gibt überhaupt keine Alternative. Ich sehe eine Zuspitzung in diesen Debatten, wenn man dann im Freundeskreis oder bei Spaziergängen einfach mal so ein Thema anstößt, ach, da habe ich einen Arzt gehört, der hat vielleicht einen anderen Gedanken und da kommt man dann aber sofort in eine ganz große Abwehrreaktion es kommt dann schon fast zu wörtlichen Übergriffen so, das ist ganz gefährlich was du da machst du darfst jetzt nicht 11. September ist weit weg aber wenn ich jetzt sage vielleicht ist das alles übertrieben was da kommt dann werden die Leute super aggressiv wie erklären sie sich das und wie gesagt ich so ganz klar definiert wird also das halte ich auch für wirklich das auffälligste und bedenkenswerteste dass eine kritische stimme nicht zugelassen wird ich kenne auch also es ist klar wir haben eine reale virus problematik und es ist eben auch klar dass alles was mit diesem virus zu tun hat also die Infektions Kraft oder die Sterberate und die Übertragungsform sind alles wissenschaftlich unsicher dass es im Grunde genommen nicht mehr erlaubt wird wissenschaftliche Erfahrungen auf dieser Seite oder auf der anderen Seite zur Kenntnis zu nehmen und auszutauschen und in den Diskurs zu bringen also es gibt jetzt wiederum nur noch eine Meinung und alle anderen werden diffamiert also wie gesagt mit so schlimmen Wort wie Virus Leugner oder so was das ist real auffällig und da suche ich und andere natürlich nach Erklärung wieso muss das so sein und ich sehe zwei erstmal Erklärungen die Politiker sind im Handlungszwang da weiß man also das falsch handeln nicht so schlimm ist wie nicht handeln ja juristisch und biologisch muss man handeln müssen die handeln handlungskrank und selbst wenn sie falsch handeln ist das nicht so schlimm als wenn sie nicht handeln würden und das andere das haben wir jetzt schon angesprochen ist das offensichtlich viele Menschen so also innerlich beunruhigt und mit ihrem ganz persönlichen ganz individuellen aber eben ganz sozialen Problem so beunruhigt und aufgescheucht sind dass die eben jetzt nicht mehr wirklich nachdenken wollen das ist zu bedrohlich zu viel und deshalb ordnen sie sich im Moment unter aber das hat natürlich erhebliche Folgen weil dann die tieferen oder andere Zusammenhänge nichts mit dem Virus zu tun haben also das Virus ist dann nur der Auslöser aber nicht die Ursache dieser Lebensprobleme weil dann die eigentlichen Lebensprobleme und wie gesagt auch die eigentlichen Gesellschaftsprobleme die wir in der letzten Zeit massiv hatten Klima Umwelt Finanzen Europa Migration Energiewende das sind riesen Themen die nicht wirklich ausreichend oder gar gut gelöst wären die sind plötzlich verschwunden und es gibt dann eine starke Tendenz dass man dann praktisch auch jetzt nicht mehr groß nachdenken einfach nur zurechtkommen also die Einschüchterung die selbst vollzogene Einengung und Unterdrückung die ist im Moment das Auffälligste dass Menschen das hinnehmen dass sie auf diese Weise eben so depotenziert werden in ihrem demokratischen Grundrecht Sind wir Deutschen da besonders anfällig dafür weil ich habe gerade gestern einen Bericht des russischen Fernsehens gesehen ein Kollege von uns hat das übersetzt und deswegen wissen wir auch was der Inhalt war also es ging darum wie ein russischer Korrespondent in Deutschland hat beschrieben wie die Deutschen mit den ganzen Quarantänemaßnahmen umgehen und der hat das aus seiner Sicht von außen eben auf uns gesagt dass wir ja sowieso sozial etwas kühler sind der Spanier der Franzose die Italiener die küssen sich uns deutsch ist es eher normal soziale Distanz zu wahren man lässt nicht sofort die Leute an sich ran und er hat uns auch einen Hang zur Konformität attestiert dieser Korrespondent also trifft das Virus sozusagen oder die Viruspanik in Deutschland vielleicht sogar eher auf fruchtbareren Boden wie in anderen Ländern also sprich zum einen dass wir in die Panik einsteigen und dann auch noch so autoritätsgläubig sind dass wir dem Span alles glauben von dem Vergleich da wage ich mich nicht ran weil ich nicht so genau weiß wie es in anderen Ländern ist ich habe nur mal gehört dass zum Beispiel der Gelbwesten Protest in Frankreich immer noch bestehen würde was in Deutschland ja im Moment unmöglich ist wenn das stimmt aber was für mich sofort klar ist ja so wie ich uns Deutsche einschätze sind wir in erster Linie oder sehr stark Autoritäts Abhängige das Unterschied zwischen Ost und West das wird der Westdeutsche vielleicht nicht so gern wie der Ostdeutsche das kennt und weiß wie das gewesen ist in der DDR dieses neue Mitläufer tun und auch praktisch das Leiden daran und aber der Westen hat nach meiner Einsetzung eine ähnliche Mitläufer Problematik die war eben nur ganz anders die war eben nicht so politisch erzwungen sondern sie ist mehr durch die Arbeitswelt durch den Konkurrenzdruck durch den sich behaupten und durchsetzen das ist ja auch ein erheblicher Druck bis Zwang gewesen den man sich einordnen oder unterordnen musste um in dieser Gesellschaft bestehen zu können gut man konnte sich auch entziehen aber dann war man eben auch tatsächlich Außenseiter also diese Problematik das für mich das Mitläufer Syndrom halte ich in Deutschland für besonders ausgeprägt durch die Systeme hindurch und das ist für mich jetzt für meine spezielle Arbeit ein ganz zentrales Thema zu erklären womit das zu tun hat also das was ich immer wieder untersuche ist die Verbindung der Qualität der Frühbetreuung von Kindern wie die sozusagen schon autorär also nach dem Willen der Eltern und die Eltern sind dann eben die Vollstrecker gesellschaftlicher Werte wie die dort behandelt werden um später dann auch ein solches Mitläufer Syndrom als Erwachsene zu leben und also keine wirklichen autonomen Verhältnisse mehr akzeptieren zu können ich habe wenn ich das mal so sagen darf ja eben ein neues Buch veröffentlicht das gespaltene Land da habe ich mich bemüht unsere großen Begriffe Demokratie Freiheit und Liberalität oder Toleranz also um es nicht so sehr jetzt ins ökonomische zu ziehen mal durch zu deklinieren nach den Mütterlichkeits und Väterlichkeitsstörungen die ich in meiner Arbeit differenziert habe also in welcher spezifischen Weise durch mütterliche und väterliche Beziehungsangebote das Kleinkind der Mensch in seiner Persönlichkeit geprägt wird und dadurch fähig ist oder unfähig ist demokratisch liberal und freiheitlich zu bewegen und das ist auch etwas was vielleicht in Westdeutschland ja vielleicht befremdlich ist dass ich aus dieser Sicht natürlich differenzieren muss zum Beispiel den Freiheitsbegriff ja der Westen hat im Unterschied zu den Verhältnissen DDR sehr viel äußere Freiheiten Bewegungsfreiheit Meinungsfreiheit Versammlungsfreiheit und so weiter entwickelt aber ist das auch gleichzusetzen korreliert das mit einem innerseelischen Freiheitsgefühl also bin ich als Mensch frei genug mich also nach meinen Bedürfnissen nach meinen Erkenntnissen zu verhalten oder bin ich in großer Gefahr mich dann wieder schnell anzupassen weil es die Gesellschaft der Mainstream die politische Korrektheit von mir fordert und das ist etwas was ich im Moment in dieser Gesellschaft sehr stark sehe dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einer äußeren Demokratie die wir haben noch haben und der Fähigkeit auch innerseelisch demokratisch sich verhalten zu können das habe ich da versucht zu erklären und zu beschreiben und das rückt auch für äußere Freiheit und seelische Freiheit zu ich weiß nicht warum aber in dem Gespräch ich muss die ganze Zeit dann auch an Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus denken und da komme ich her von diesem Denken ja das ist interessant weil genau das löst es auch in mir aus und deswegen wollte ich das auch mal fragen selbstverständlich sind Sie mit dem Werk vertraut aber würden Sie sagen das wäre auch ein Werk was wir uns auch mal wieder anschauen sollten gerade jetzt in der Zeit um den Ernst der Lage zu erkennen ja während der Wende ich war ja habe ja in der Diakonie als Psychotherapeut gearbeitet da hatte ich einen gewissen Schutzraum ja und konnte mich also auch mit Dingen befassen die es sonst so im staatlichen Gesundheitswesen nicht gegeben hätte und während der Wende habe ich dann weil ich schon damals reich Anhänger war innerlich einen Vortrag gehalten über die Massenpsychologie des Stalinismus also ich habe das reichste Gedankengut übersetzt auf die damaligen DDR oder real sozialistischen Verhältnisse und also dieses Denken ist für mich auch heute wieder aktuell und ich freue mich dass es eine Neuausgabe gibt ein Kollege ein Freund von mir der Andreas Teglau hat praktisch dieses Werk neu auflegen lassen und nochmal also auch sagen wir modernen Kommentaren versehen also das zeigt auch wie aktuell im Grunde genommen dieses Gedankengut Ja Herr Dr. Marz also dann vielen Dank für diese ganzen Ausführungen also das gibt mir alles wirklich sehr zum Nachdenken und das zeigt mir auch umso mehr in was für einer ich will jetzt nicht sagen kritischen Phase wir sind sondern aber in was für einer relevanten Phase wir jetzt als Gesellschaft stecken und ich glaube nicht nur wir Deutsche sondern auch insgesamt als betrifft eigentlich jede Nation hier Stunde X oder wenn man das wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern dann in vielen vielen Jahren man mal aufarbeiten wird dann wird das Kapitel 2020 viel dicke Seiten haben oder gehen Sie auch davon aus Genau also auf jeden Fall halte ich es für sehr naiv was man jetzt immer wieder hört naja es geht noch zwei drei Wochen und dann nach Ostern und so weiter denken viele Menschen es geht irgendwie so weiter wie es vorher war das wird es mit Sicherheit nicht geben also nicht nur dass es Insolvenzen gibt und Arbeitslosigkeit gibt oder so nein es ist auch etwas zu sozial gebrochen und ich glaube es gibt zwei große Möglichkeiten die eine gesündere wäre dass man wirklich sich befragt und nachdenkt ja wie haben wir denn bisher gelebt und ist das was jetzt geschehen ist also sagen wir mal der Massenwahn die Panik ist das nicht auch ein Symptom unserer Lebensweise wir benutzen wir benutzen also auch eine Bedrohung durch das Virus also diese Nachdenklichkeit und Chance wirklicher kritischer Veränderung der Lebensform oder es wird eben jetzt genutzt um wirklich ein neues viel autoritäres System zu etablieren um also wie eine Probe jetzt die Leute parieren sie lassen sich alles gefallen und so das mag doch manchen Politiker und Ideologen verlocken davon weiter das wirken zu lassen also ich sehe zunehmend eine Auseinandersetzung geht es in der Richtung oder in der Richtung wenn es politisch missbraucht wird ist zu fürchten dass das jetzt noch mehrere Wochen oder Monate sich hinzieht ja dass man weiterhin die Menschen einschüchtert und ängstigt und eben negative Nachrichten über Infektionen und Todesfälle und so weiter bringt um im Grunde die Einschüchterung fortzusetzen die Leute sollen nicht das Maul aufmachen sollen sich nicht wehren sollen genau diese Auseinandersetzung wie es weitergehen könnte in welcher Lebensform oder was wirklich verändert werden müsste um das zu verhindern und da glaube ich sind wir alle dran uns da irgendwie zu engagieren und mitzumischen also ich kann ja nur die die psychosoziale Perspektive und von der weiß ich wenn es gelingt was wir in Therapien anstreben dass Menschen besser bei sich sind dass sie offener sind kritischer ehrlicher sein können dass die viel besser leben und sich besser fühlen als wenn sie wieder was Neues gekauft haben das ist also diese Perspektive aber es muss dann natürlich auch es müssen die Ökonomen ran also die Wirtschaftsleute die ja dann entscheiden werden wird es ein noch härteres Dominanz der Konzerne geben oder werden sozusagen wirklich die kleineren Betriebe oder Möglichkeiten die regionaleren eine Chance haben wieder aufzublühen da glaube ich haben wir haben wir viel Arbeit vor uns viel Auseinandersetzung viel Konfliktstoff viel Mut dann wünschen wir Ihnen und Ihren Kollegen dabei alles Gute da wird ja eine ganz schöne Menge Arbeit auf Sie zukommen also nochmals vielen Dank an Sie und weiterhin frohes Schaffen kommen Sie gut durch diese Zeit auch und bis bald hoffentlich mal vielen Dank dass Sie da waren Gegenheit und für Ihre Arbeit die ich für sehr wertvoll leise vielen Dank Dankeschön Dankeschön ja tschau tschüss tschüss ja soweit also Hans-Joachim Marz Doktor Psychiater Psychotherapeut der ganz schön viel zu tun haben wird in der nächsten Zeit also es hat mich jetzt ganz schön geflasht was der gesagt hat ich weiß nicht wie es euch geht aber ich würde sagen das Thema haben wir jetzt durch und jetzt haben wir vorhin gar nicht so weiter gesprochen so was gibt es sonst noch Neues bei euch zu berichten irgendwelche actual facts was gerade noch am Start ist also wir haben ja hier so ein bisschen immer das Gefühl dass hier irgendwie auf den Straßen nichts los ist also bestimmt denken das ein paar Millionen Menschen die sich wirklich seit zwei Wochen jetzt vielleicht bestenfalls zum Einkaufen raus trauen ich gehöre nicht dazu ich gehe auch viel spazieren mit Familie und so weiter und heute bin ich sogar habe ich mich weiter als vier Kilometer von meinem Wohnort entfernt ich war natürlich arbeitstechnisch unterwegs und ja vielleicht können wir ja mal zu meinem ja jetzt acht Stunden jüngeren ich schalten Social Distancing ist ja das Gebot der Stunde und deswegen bin ich heute nach Dresden gefahren um einen ja wirklich sehr beliebten Entertainer zu treffen nämlich Uwe Steimle Uwe wir sind hier in deinem Homeoffice Abstand Nähe durch Abstand Nähe durch Abstand Wie hat dich denn jetzt die Krise beeinflusst In welcher Beziehung In jeglicher Hinsicht Na ja habe natürlich auch keine Vorstellungen mehr und komme jetzt zum Nachdenken habe auch ein bisschen abgenommen weil ich länger schlafe und ja uns hat die Krise ja alle beeinflusst und für mich ist ganz wichtig dass ich mal wirklich runterkomme und das nicht nur als ganz schlimm begreife sondern vielleicht auch für mich selber mal nachdenke ja wo will ich hin und was könnte ich noch machen und mir ist zum Beispiel oft gefallen also eben nie bloß reden reden ich habe dann irgendwann gesagt ich mache jetzt mal einen eigenen Abendgruß nicht nur für die Kinder sondern auch für die Erwachsenen und da kommt jetzt immer 19 Uhr und da freue ich mich dass die Leute zugucken und Trost ist in diesen Zeiten was ganz wunderbares Anteilnahme genau machen wir an der Stelle Werbung für den neuen YouTube Kanal unter dem Titel Steimles Welt gibt es jeden jetzt erst mal während der Corona Krise ist das angedacht wird es eventuell darüber hinaus weitergehen hängt wahrscheinlich vom Erfolg ab nee also wir machen das so lange bis der Irrsinn hier vorbei ist und dann mache ich auf jeden Fall auf diesem Kanal mit Unterstützung hoffentlich auch noch mal wie Steimles Welt die erste Sendung wird aus Meißen kommen weil Meißen ist die Wiege Sachsens und der Initiator auch der sich eingesetzt hat dafür dass 52.000 Leute immerhin bei der Petition unterschrieben haben der kommt auch aus Meißen und da haben wir gesagt für den Jens Mahlow der Meißen auch so sehr liebt machen wir eine Sendung direkt aus Meißen Porzellan zum Beispiel also ist ja auch ganz bitter was dort passiert in der Manufaktur ja also das wird auf jeden Fall sehr viel Stoff für neue Dorf Geschichten und Sendungen bereit halten auf jeden Fall jetzt schon mal den YouTube Kanal abonnieren wir blenden den Link unten ein und jetzt am kommenden Sonntag wird es ein längeres Gespräch mit dir und Katrin Huss auf unserem Kanal geben Uwe ich bedanke mich für dieses kurze Gespräch danke und wir schalten zurück ja stark Mensch Frank wie kommt er du hast beim Steimler in Dresden ja wir hatten einen Interview Termin mit ihm vereinbart ich bin mit ihm mit Katrin Huss zusammen nach Dresden gefahren und mit einem Kameramann und wir haben ein längeres Interview gemacht welches wie gesagt am Sonntag kommt mit Katrin Huss und Uwe Steimler sehr unterhaltsam natürlich ging es auch um Corona auch wenn sie immer wieder versucht haben dieses Thema zu umschiffen sind sie immer wieder mit den nächsten Gedanken drauf gelandet also das wie gesagt am Sonntag ja und natürlich oder sonst was angeht und so weiter aber da gibt es eine Idee aber das ist alles nicht spruchreif deswegen will ich da gar nicht tiefer drauf eingehen es war wie gesagt ein sehr interessanter Tag ja und auf dem Hin und Rückweg ist mir wie gesagt schon aufgefallen dass hier alles andere als tote Hose ist also wenn man es nicht wüsste würde man fast gar nicht denken dass hier Ausnahmezustand und es ist ein bisschen weniger Verkehr klar weil viele Leute zu Hause bleiben kein Berufsverkehr aber das ist hier eigentlich das was momentan hier so die Stimmung ist also wie gesagt weiß nicht ob das jetzt diejenigen sind die nicht so ernst nehmen die halt noch draußen rumlaufen aber wie gesagt wie Notstand kommt es mir persönlich eigentlich jetzt gar nicht so vor wenn man jetzt einfach draußen unterwegs ist zumindest die Sachsen sind auch ein sehr geschäftiges Wölkchen und da sind alle am arbeiten mir kommt es auch so vor dass jetzt hier nicht unbedingt alle nur zu Hause sitzen also ich jeder plötzlich zum laufen angefangen hätte und es fühlt sich an wie ein ewiger Ostersonntag also so schön Wetter und die Leute sind draußen und endlich hat man mal Zeit zum spazieren gehen so fühlt sich es irgendwie an also die eternal Easter Sunday so so ein bisschen ich habe zum ersten Mal kein Problem mit der Zeitumstellung gehabt es war gar kein Thema so ich bin sowieso ich weiß gar nicht welcher Wochentag ist das fließt so was ich vorhin noch sagen wollte wie gesagt ich war mit Katrin Huss ja heute nach Dresden auf dem Weg nach Dresden und wir haben uns halt auch darüber unterhalten was ist denn die Polizei uns anhält können wir das überhaupt rechtfertigen hier unerlaubter Weise unterwegs zu sein wobei das ja gar nicht verboten ist aber vielleicht in dem Zusammenhang ist ja interessant dass jetzt Bußgeld Kataloge erlassen wurden und da ja also da geht es hier also da wird halt wirklich von unerlaubter Betretung eines Krankenhauses gesprochen oder also so ein Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als der zugelassenen Personen Anzahl von zwei kostet halt für jeden Beteiligten 100 Euro bis 1000 Euro kann das gehen natürlich wird hier viel auch aufgelistet was jetzt Gastronomie Betrieb einer genannten Einrichtung und so weiter das kann schon mal 5000 Euro kosten wenn man dagegen verstößt aber es sind halt auch ja Kleinigkeiten also in Dresden wird zum Beispiel wandern in der Sächsischen Schweiz mit 250 Euro bestraft was glaubt ihr wird dieser Bußgeld Katalog also das ist ja jetzt wirklich eine Anleitung zum Geldeinsammeln also wenn ich heute wie gesagt ich habe es gerade beschrieben was hier in Sachsen auf den Straßen los ist also da laufen ja quasi Geldbündel durch die Gegend die die Polizei nur noch einsammeln braucht oder wie seht ihr das also ich möchte es nicht machen den Job also ich kann mir vorstellen dass das für ganz schön viel Konfliktpotenzial führt wenn Menschen dann unterwegs sind und aus welchen Gründen auch immer der dann sagt ich musste das jetzt tun und wird dann da verknackt es gab ich weiß nicht ob ich das euch schon erzählt habe dieses Beispiel von dem einer Tüte Pommes habe ich euch das erzählt schon ganz nettes Feature Bayern 5 aktuell lasse ich immer so laufen ein bisschen um mich auch zu informieren nebenbei da hat ein Moderator ein Redakteur ein ganz nettes Stück geschrieben so wie er jetzt nach draußen ist und hat dann eine Tüte Pommes gekauft und dann haben ihn zwei Polizisten aufgehalten und haben gesagt das darf er im öffentlichen Raum nicht essen hier in München das ist verboten er muss das jetzt nach Hause bringen und dann gab es eine Diskussion alles jetzt nicht ganz ernst aber also schon ein bisschen heftiger diskutiert aber nicht so schlimm und so nach Motto ob das bei Eis auch gilt dann sagt der Polizist nein bei Eis nicht weil das würde ja schmelzen bis es nach Hause geht deswegen darf er das sofort essen hat er gesagt ja bei meinen Pommes ist das auch so wenn die Pommes sind kalt bis ich zu Hause bin also muss ich sie jetzt essen und dann haben sie ihm gesagt nein er darf das nicht hat er gesagt gut macht er er will jetzt kein Rebell sein und dann hat er das so suffisant halt eben beschrieben dass dann als die Polizisten 100 Meter weg waren ist dann hat er alle Pommes schon gegessen gehabt und hat sich ein kleines bisschen wie ein Rebell gefühlt ja also es ging in diese Richtung dass er das halt also in wirklich netten Worten dargestellt hat wie absurd diese Situation eigentlich ist und ich glaube von diesen Absurditäten werden wir dann mal in Zukunft wenn das irgendwann mal gesammelt wird oder sich das alles zusammenbringen lässt da werden wir dann hinterher darstellen und sagen was ist da eigentlich gerade passiert was ist da eigentlich gerade passiert ich meine dass es da jetzt so ein Bußgeldkatalog ist letztens ist es auch banal weil wo halt Auflagen sind muss es auch irgendwo Sanktionen geben zu jedem Gesetz gibt es auch irgendwie eine Strafe was passiert wenn du es nicht einhältst halt dass sowas gibt ist eigentlich banal was halt langsam uns klar wird ich meine wir sind jetzt hier auch schon in der 10. Ausgabe wir sind jetzt glaube ich schon über zwei Wochen so richtig tief in dieser Krise drin was so langsam klar zu werden scheint ist so schnell geht es nicht vorbei oder das müsste auch klar geworden sein bei dem was der Marz sagt wir hatten du hattest vor an Ostern erwähnt Frank vor ein paar Wochen hatten wir alle noch so irgendwie diese Hoffnung Ostern vielleicht ist dann das so die Deadline weißt du und danach geht dann vielleicht wieder die Schule los also hier in Sachsen würde es bedeuten dass in drei Wochen die Schulen wieder aufmachen aber das erscheint vom jetzigen Standpunkt her absolut unrealistisch und da müssen wir uns auch glaube ich langsam so Gedanken machen dass das vielleicht doch eine längere Geschichte werden könnte oder was meint ihr ich meine wir wissen es natürlich nicht vielleicht geschieht auch ein überraschendes eine andere Entwicklung aber glaubst du Frank weil du auch Familienvater bist auch in Sachsen glaubst du das in drei Wochen die Schulen wieder aufmachen nein und ich glaube auch nicht dass das im Mai passiert weil mittlerweile redet man ja darüber ob man im Juni schon oder ob man vor den Sommerferien überhaupt noch das Schuljahr beendet also diese Diskussion gibt es ja schon und wenn ich mir anhöre ja für für irgendwelche Exit Strategien sei es viel zu früh das könnte man jetzt nicht sagen aber die Diskussion geht ja immer nur noch mehr in Richtung Verschärfung der Sanktion jetzt wird ja gerade in den letzten Tagen war ja das Thema Mundschutz ja alle alle kleinen Firmen nähen jetzt irgendwelche Lappen zusammen und in Krankenhäusern fängt man an jetzt Mundschütze auszukochen und wieder zu verwenden und das Thema Mundschutz ja irgendwie wer war es ich glaube Seehofer oder Söder irgendjemand hat jetzt gesagt wir brauchen vier Milliarden alleine in Deutschland vier Milliarden Mundschütze um die um diese Krise irgendwie durchzustehen und also in diese Richtung geht halt die Diskussion als ob es ja wirklich um Stofflappen geht die ganze Diskussion ja also das die ganze Krise die ganze weltweite Krise dreht sich in der Diskussion seit wirklich 48 Stunden um Stofffetzen also ich bin dafür den nächsten Gast zuzuschalten okay dann machen wir das nochmal und der nächste Gast den kenne ich auch schon sehr lange er ist aus dem gleichen Stall wie ich sozusagen er kommt aus dem Schwäbischen und er ist ein Bauer kein Landwirt er sagt er ist kein Landwirt er ist ein Bauer aber einer der einen sehr hohen spirituellen Draht hat und vor allem ist es ein Mann mit großer Lebenserfahrung und er ist mir ein echter Freund geworden wir begrüßen Hubert Grumbacher und dann natürlich herzlich willkommen an den Hubert Grumbacher nicht Grumbacher das liegt aber daran weil ich gerade noch überlegt habe wo er wohnt zwischen Günzburg und Grumbach und genau dazwischen in Ettenbeuren da liegt er Hubert ich grüße dich auch schön dass du Zeit hast für uns heute Abend ja ich grüße euch alle drei Hubert wir haben uns schon oft getroffen und wir haben ich habe dich auch so vorgestellt dass du kein Landwirt bist sondern du bist ein Bauer da stehst du auch wirklich dazu du sagst du bist wirklich ein Mensch der mit den Händen in der Erde wühlt und du bist Landwirt oder Bauer aus Leib und Seele du hast aber auch einen sehr großen sehr großen Geist du hast einen sehr großen Blick auf unsere Gesellschaft auch spirituell bist du wirklich sehr offen für viele Dinge und wir haben jetzt gerade vorher mit unserem ersten Gast mit dem Dr. Marz über die Auswirkungen in unserer Gesellschaft gesprochen was das macht mit uns als Menschen was das für die Gesellschaft bedeutet und so weiter er hat da ziemlich drastische Worte gezeichnet und in die Richtung würde ich auch gerne das Gespräch mit dir führen aber zuerst die Frage wie ist es für dich du bist auf dem Land du bist da wirklich ich kenne ja die Gegend das ist gar nicht weit weg wo ich aufgewachsen bin sehr ländlich alles wie stellt sich die Situation für euch da im bayerischen Schwaben so mittendrin in Schwaben einfach also bei uns ist alles ganz gelassen ich muss mal so sagen es gibt keine Hektik es gibt keinen Stress es gibt da keine besonderen Vorfälle bei uns auch im Landkreis nicht nicht mal bei den Medien da letztes Mal war in der Zeitung standen der erste im Landkreis der erste Tote mit 78 Jahre Corona-Fall aber er ist nicht an Corona gestorben stand sogar dabei und es stand auch noch dabei dass sie den als Corona-Toten melden müssen weil das Robert-Koch-Institut das so verlangt interessant ja das stand bei uns in der Aufsprung allgemeine okay also die Stimmung noch relativ entspannt wie ist es bei dir auf dem Hof ist da eine große Bewegung mittlerweile gibt es Leute die dich mehr frequentieren wie vorher was heißt das für dich von deinem Hof aus also vor vor der die Verschärfung jetzt kam war Hamsterkäufe da war also wirklich dicke was los und seit das läuft habe ich ganz normal Betrieb einkaufen dürfen sie Lebensmittel kaufen habe ich ganz normal verkauft wie vorher auch das hat sich wieder eingependelt die Leute sind sehr sehr offen und ich muss sagen da kommt keiner mit Angst überhaupt keiner die glauben die ganze Pandemiesache so nicht wie sie in die Medien kommen also fast jeder sagt sie übertreiben maßlos und sie schüren Angst die Medien schüren Angst und das ist das Schlimmste was einer Bevölkerung passieren kann wenn sie in Angst lebt das ist schon öfters auch angelungen bei dir auch von den Referenten dass Angst eigentlich das Schlimmste ist was einem Menschen passieren kann vor allem die Immunabwehr geht dabei in den Keller ist genau das was eigentlich schädlich ist bei der so einer Pandemie wenn Viren jetzt auftauchen plötzlich dann muss die Immunabwehr funktionieren und Angst jagt die Immunabwehr in den Keller also ich ich beobachte mich ganz genau ich informiere mich auch gut beobachte mich ganz genau wie das das ganze Zeug bei mir wirkt und ich muss sagen keine Spur von Angst gar keine ganz gelassen und ich sehe es mittlerweile so ich sehe eine Chance etwas zu ändern jetzt etwas zu ändern in einer Gesellschaft die mit Vollgas auf den Abgrund zugesteuert ist ich denke mir unsere Gesellschaft wird nach Ende dieses Fiaskos nicht mehr die gleiche sein wie sie vorher war in den Diskussionen mit den Menschen stellt man schon klar schönste ist für uns die Landwirtschaft hat einen anderen Stellenwert Plötzlich sind wir sogar systemrelevant in der Regierung muss ich das mal vorstellen gleich auf mit den Banken und das finde ich also mal eine ganz wichtige Sache weil immerhin ist es die Landwirtschaft die das bietet was wir zum Leben brauchen das alle brauchen nämlich die Nahrung ohne geht es nicht und sogar die Landwirtschaftsministerin hat gesagt ohne Sehen keine Ernte das muss man hochrechnen wenn die so tief schon denkt ja und da hat sich bereits jetzt was verändert da wird sich noch einiges mehr verändern weil ich denke mit den ausländischen Billigarbeitern die kommen nicht so schnell zurück wie sie gegangen sind und wir sind auf Gedeih und Verderb auf die angewiesen entweder wir zahlen höhere Preise für die Produkte dann ist immer noch fraglich ob uns mit den einheimischen Arbeitern überhaupt in der Lage sind diese Schwerstarbeiten zu erfüllen ob die das durchhalten oder wir müssen mit Mangelerscheinungen rechnen bei bestimmten Produkten wie jetzt Spargel zum Beispiel das Spargelbässen stechen das muss man können das ist eine Knochenarbeit den ganzen Tag in gefügter Haltung und ja die Landwirte die das machen die brauchen Leute die das beherrschen und die können nicht jede zwei Tage neu anlernen weil der andere jetzt vor Rückenschmerzen nicht mehr kann zum Beispiel ja und so ist es im ganzen Gemüsesektor ist es wirklich harte Knochenarbeit Schauen wir mal wie wir das hinkriegen wobei ich es gar nicht schlecht finden würde wenn ich mal eine Mangelsituation auch in der Nahrungsmittelerzeugung auftreten würde vielleicht würde der eine oder andere vom Zierrasen ab kommen in einen Garten um sich mal selbst bisschen selbst versorgen zu können oder von den Steinergärten das ist ja ein Ausdruck von Irrsinn langsam da reden die von Naturschutz ja und das ist nicht positive Seiten also ich sehe es mal so positiv dass sich die Gesellschaft verändert und auch bereit ist eine Veränderung durchzumachen sie haben jetzt begriffen glaube ich dass die ganze Wissenschaft die Überheblichkeit der Wissenschaft nenne ich es mal so die vor einem kleinen Virus nicht helfen kann alle sind hilflos wirklich und es geht durch alle Experten durch keiner weiß was passiert keiner weiß was kann man dagegen machen keiner weiß wo kommt es her wie entwickelt sich es votiert es nochmal solange es da ist oder ebbt es ab ohne Spuren zu hinterlassen keiner weiß was und das erzeugt natürlich etwas in der Bevölkerung diese vermeintliche Sicherheit die man bis jetzt hatte es kann uns ja gar nichts passieren Überfluss auf allen Gebieten wenn es unsere Landwirtschaft nicht bietet holen wir es aus dem Ausland jetzt da kommt ja auch nichts mehr oder die Überheblichkeit auch es gibt alles im Überfluss und immer im Überfluss und sogar ja von guter Qualität wobei Qualität ganz falsch bewertet wird die Qualitäten wo man bei uns bewertet und auch bezahlt sind reine Verarbeitungsqualitäten und haben mit der Nahrungsqualität überhaupt nichts mehr zu tun das kommt dazu wenn ich es vor Immunsystem angesprochen habe ja nur ein gesunder Mensch hat ein gesundes Immunsystem und wenn ein Mensch gesund wenn er vollwertige Nahrung hat und da hapert es bei uns ganz gewaltig wir essen sehr viel Müll und Füllstoffe wir essen pflanzliche und fleischliche Nahrung die an sich krank ist weil sie schon krank heranwächst die wird chemisch eigentlich bis zur Ante durchgefüttert nennen wir es mal so und so Mangelerscheinungen in einer Gesellschaft zum Beispiel wie wir sie haben die im Überfluss lebt ist aber was vollkommen Unnatürliches sie können alles kaufen zu ihrer Zeit rund um den Erdball und haben Mangelerscheinungen hallo das kann doch nicht sein also liefert die Nahrung nicht das was der Körper braucht um gesund zu sein muss man Nahrung vergänzeln Ja Die Massen Lebensmittel Produktion ist ja einfach der Masse geschuldet würde es denn theoretisch gehen acht sieben oder acht Milliarden Menschen wie viele wir hier sind so zu ernähren wie sich das jemand leisten könnte der jetzt auf deinem Biohof ausschließlich einkauft würde das denn überhaupt funktionieren Ja man muss dabei wissen dass 70 bis 80 Prozent der Erdbevölkerung von Kleinstbauern ernährt wird nicht von den Großkonzernen ja nicht von amerikanischen oder russischen oder auch jetzt Mittel EU Landwirten nicht die ernähren die Bevölkerung nicht die ernähren nicht die Menschheit da geht es meist in Futtertrog um Fleisch zu erzeugen das man dann wieder verhökern muss oder wegschmeißen muss weil es zu viel ist es ginge und macht euch mal Gedanken welche Mengen wir essen und was essen diejenigen in Afrika die in Zonen leben wo es keinen Überfluss gibt sind die gesünder wie wir oder sind wir gesünder und mit wie wenig können die eigentlich aushalten wir reden nur über Masse aber nicht über Klasse der Körper braucht diese Masse nicht der braucht eine Klasse wo alles drin ist und Füllstoffe die laufen durch den Körper durch es ist frappierend dass man die Nahrung immer in Menge beurteilt reine Menge so wird es auch bezahlt und nie auf Qualität auf richtige Ernährungsqualität da muss er umdenken her dass Ernährungsqualitäten auch bezahlt werden und dann haben wir wenn ich es lässt sich die Natur lässt sich nicht bescheißen ich kann nur Qualität erzeugen aber nie in der Masse wie es wir jetzt machen bei Masse leidet sofort die Qualität weil die Pflanze nicht in der Lage ist bei dieser Masse genügend Mineralstoffe Spurenelemente aufzunehmen auf einem geschädigten Boden das kommt dazu da wollen wir noch drauf eingehen welche Bedeutung das hat aus einem geschädigten Boden aufzunehmen damit sie gesund vollwertig heranwachsen kann so eine Pflanze lebt das Tier und der Mensch auch und beide oder alle haben dann Mangelerscheinungen weil wir nur über Masse denken also ich bin der Meinung die jetzige Artbevölkerung ist locker zum Ernähren es gibt ja Berechnungen dass die die Nahrungsmittelproduktion für 12 Milliarden reichen würde wenn sie dann mal richtig verteilt würde es gilt ja nicht dass man in hochentwickelten Ländern 30 40 bis zu 50 Prozent der Nahrungsmittel wegschmeißt allein wenn ich das dazu reichne dann können wir das und ich sehe auch für die Zukunft keine Probleme das nicht zu können wir müssen nur eines endlich begreifen als Menschheit dass wir eine Menschheit sind und dass man nicht die andere am Hungertuch nagen lässt und die andere schmeißen weg und wenn diejenigen die am Hungertuch nagen so viele Kinder haben dann ist es einfach ganz normal geschuldet weil die wissen ganz genau sie leben im Alter von ihren Kindern sobald der Wohlstand steigt werden die Kinder zahlen weniger das ist eine ganz natürliche Vorgabe jetzt hat unsere Verbraucherministerin Julia Klöckner uns ja allen versprochen es wird keine Lieferengpässe geben dagegen sprechen einige Aussagen von zum Beispiel Toastbrot Hersteller der schon angekündigt hat dass er demnächst keine Ware mehr liefern kann wie ist denn das die meisten Menschen haben ja keine Ahnung von den landwirtschaftlichen Produktionsprozessen und wie das alles überhaupt funktioniert inwiefern hat denn ja die Corona-Krise die Landwirtschaft jetzt beeinflusst und inwiefern können wir denn der Aussage dass es keinerlei Lieferschwierigkeiten in den nächsten Wochen geben wird ja inwiefern können wir dem denn vertrauen und was bedeutet eigentlich in dem Zusammenhang die Aussage die Grundversorgung ist gesichert es ist was anders Grundversorgung also eines Politikers brauche ich euch nicht zu sagen welchen Wahrheitsgehalt die hat und welches Verfallsdatum das wandelt sich innerhalb von Tagen es ist so die jetzige unsere jetzige Nahrungsversorgung so wie sie in die Supermärkte angeboten wird kommt zumindest 50% nicht aus Deutschland da gibt es Engpässe bei allem was aus dem Ausland kommt also von weiter weg ob es jetzt Ägypten Südamerika oder China ist ganz gleich die Grundnahrung in Deutschland die Grundnahrungsmittel in Deutschland ist das was wir zum Leben brauchen ja und nicht das was alles angeboten wird was man nicht was der Körper gar nicht braucht die Grundnahrungsmittel solange diese Krise dauert denke ich mir werden wir aufrechterhalten können weil die neue Ernte kommt ja erst das muss ja noch im Lager sein ja und man erwartet ja jetzt in der Gesellschaft bereits die Südfrüchte oder die Kartoffeln aus aus Ägypten oder aus Spanien wir haben noch genügend Kartoffeln ja da können wir noch eine Weile durchhalten und diese Erwartungshaltung dass es alles im Überfluss und zu jeder Zeit gibt wird nicht aufrechterhalten sein aber das ist ja das was die meisten Menschen darunter verstehen wenn Frau Klöckner sagt es wird keine Engpässe geben also es wird im gleichen Atemzug wie gesagt gesagt dass die Grundversorgung gesichert ist also klar Kartoffeln Brot und Gurken wird es für alle geben aber von Schokoladen auf Strich und irgendwelchen Fleischersatzprodukten oder halt von allen Produkten die halt irgendwelchen Gütern aus dem Ausland die zum Beispiel von Soja oder von Palmöl abhängig sind das ist ja das ist ja dann schon ganz viel das wird dann wahrscheinlich demnächst nicht mehr im Regal stehen was ja an sich gesehen wie du ja vorhin schon erklärt hast eigentlich nicht schlimm ist aber ich will nur noch mal darauf hinweisen dass es eben genau das bedeutet ja richtiger Politiker die schmeißen immer solche Sätze in die Bevölkerung und wissen doch genau dass die Menschen das gar nicht verstehen man müsste immer erklären was man sagt was Grundversorgung ist und was eigentlich die jetzige Versorgung darstellt das gehört dazu die unsere Gesellschaft hat sich so weit entfernt von der Landwirtschaft von der Produktion von Nahrungsmitteln die haben keine Ahnung wie das funktioniert das ist das Problem ja man könnte wenn es ein bisschen wenige gibt dann bräuchte man keine Faschenkuren mehr machen ja das würde sich von selber erledigen und vor allem die Wertigkeit der Nahrung in der Bevölkerung die wird steigen sobald das Mangel wird wird die Wertigkeit ganz gewaltig ansteigen und dann fragt man dann nicht mehr wo ist ein paar Cent billiger oder wo ist ein paar Cent teurer wir gehen von einem von einem Ernährungsstand aus in Deutschland nirgends sind die Nahrungsmittel so billig wir geben noch 10 nicht mal 10% für Nahrung aus man muss sich das mal vorstellen in alle anderen Ländern ist teuer teurer da ist die Wertigkeit andere eine andere darum schmeißen wir raus so viel weg alles was keine Wertigkeit hat das schmeißt man doch weg was nichts wert ist schmeißt man ruhigen Gewissens weg das ist ein ganz eindeutiges Zeichen wenn so viel wegschmissen wird es hat keine Wertigkeit gibt es ja eh das wäre ein heilsamer Schock nenne ich es mal so weil diese Krise hat nicht nur Nachteile es gibt kein Ding wo nur Nachteile hat alles hat zwei Seiten und die andere Seite der Medaille die gibt es genauso und ist genauso wichtig wie die schöne Vorderseite vielleicht lernen wir dann mal auch zu verstehen dass wir zwar die Landwirtschaft die Nahrungsmittel erzeugt aber ohne intakte Natur geht es nicht auch mit der modernsten Landwirtschaft nicht und da haben wir ein Problem es war ein ganz gewaltiges Problem weil wir was mir wenn ich in die Landwirtschaft jetzt reingehe mit der Produktion außer jetzt die biologische Landwirtschaft die die arbeitet ja nicht mit der Natur zusammen wir reden alle von Natur jeder ist ein Naturschützer und jeder redet von Natur und meint er versteht was wir verstehen Natur nicht nicht mal ich behaupte von mir obwohl ich mich wirklich renken in die Tiefen der Natur zu schauen wir verstehen Natur nicht aber ich kann verstehen wie Natur funktioniert und wie sie funktionieren würde wenn wir nicht gegen die Natur arbeiten auch in der Nahrungsproduktion sondern mit der Natur der ökologische Landbau zeigt es geht und es geht sehr gut ohne große Schäden aber die konventionelle Landwirtschaft arbeitet ja nicht mit der Natur sondern gegen die Natur sage ich mal ein Beispiel sie meinen ja ohne Spritzmittel kann man nicht auskommen ja wenn der Boden geschädigt ist und die Natur das ist nicht nur beim Boden das ist überall so wenn es irgendwo Probleme gibt mit dem Leben dann versucht die Natur mit ihren Maßnahmen das zu reparieren also auf dem Acker wenn der Acker nicht gesund ist der Boden geschädigt ist dann repariert die Natur und zwar mit sogenannten Unkräutern das kann sie aber nicht mehr früher hat es funktioniert weil die spritzen die Unkräuter weg also kann die Natur sich nicht selber heilen und so ist es überall auf der ganzen Erde mit allen den Problemen die Natur würde sich selber heilen wenn wir sie lassen und wir haben jetzt die Möglichkeit diese Heilungsmechanismen außer Kraft zu setzen das ist das das gefährliche so ein Umdenken einsetzen dass wir wieder mehr Lebensmittel auch wieder hier im eigenen Land produzieren ich meine ich habe früher mal in Bamberg gelebt und die Stadt die nennt man die Zwiebelträter ist halt noch bekannt für Zwiebelanbau so banale Dinge wie Zwiebeln und Kartoffeln also wenn ihr mich fragt das ist finde ich schon seit Jahren absurd und versuche ich auch zu vermeiden dass ich Zwiebeln und Kartoffeln aus Ägypten kauf ein Land was eh eine große Herausforderung hat seine eigene Bevölkerung zu ernähren glaubst du dass da wieder ein Umdenken stattfindet und wir vielleicht in Zukunft dieses Jahr vielleicht noch nicht aber vielleicht schon nächstes Jahr nicht mehr so viele gelbe Rapsfelder sehen die ja letzten Endes nur für den Bio Sprit dienen sondern wieder mehr Kartoffelfelder Zwiebeln also gerade das was auch in unserem Klima Halt gut gut wächst wird das auch wieder gehen. Da findet bereits ein Umdenken statt. Hubert, du hast vorhin gesagt, dass die Menschen bei dir auf dem Hof aufgeklärter sind. Die glauben nicht alles, was von oben herab gepredigt wird. Du hast ja auch ein großes aufgeklärtes Umfeld um dich herum. Ich kenne dich von vielen Veranstaltungen hier, die du da selber organisiert hast. Es gibt wohl offensichtlich einen Unterschied zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung. Weil du hast vorhin gesagt, dass jemand aus der Stadt, wenn er kommt, dass der dann viel aufgeregter ist, auch Mindestabstand und so weiter. Also diese ganze Panikmache scheint bei der Stadtbevölkerung weiter vorangeschritten zu sein. Wie erklärst du dir das, dass es da so eine Diskrepanz gibt? Ganz einfach. Die Dichte der Bevölkerung in der Stadt und es gibt ja nichts lebensfeindlicheres wie hier Stadt an sich. Das ist total aus der Natur gefallen. Und ich meine, die Menschen wissen das nicht mit dem Verstand. Sie fühlen das. Sie fühlen zum Beispiel, dass sie hier in einer gefährlichen Gegend sind, wo es jeder kann sich vorstellen, wenn es mit der Versorgung schwierig wird, wird es zuerst in der Stadt schwierig. Weil der auf dem Land, der kann noch zu seinen Bauern gehen, nicht mehr zu allen, aber eine Bar gibt es ja noch und kann direkt bei dem einkaufen. In der Stadt ist sowas nicht mehr möglich. Ja. Und ich meine, da kommt auch die gewisse Angst her. Das sind noch ältere auch, die kennen die Situation nach dem Krieg noch, wo die Stadtbevölkerung aufs Land kam, gearbeitet hat um ihre Nahrung. Die erzählen das mit Sicherheit, die Junge, solange so viele alte nur da sind. Aber da findet mit Sicherheit im Unterbewusstsein was statt. Weil wir sind ja als Menschen, wir haben ja Geschichte. Und die Geschichte der Hochkultur oder der technischen Welt ist ja noch nicht alt. Und das, was früher war, um 1900, da war fast nur jeder Selbstversorger. Ja. Selbstständige Städte drin. Das ist noch gespeichert in die Gene. Und da gibt es wahrscheinlich ein Unwohlsein. Nennen wir es mal einfach so. Weniger Angst. Angst ist jetzt was richtig geschürt über den Virus. Aber die Sachen, die jetzt da mit der Lebenserhaltung zusammenhängen, ich glaube, das spürt jeder Mensch. Wenn er ein bisschen, und jetzt haben sie die Zeit, auch wieder in sich hinein zu spüren. Die Hektik ist weg. Das Schnelle ist weg. Sie müssen am Abend wieder hinsitzen und miteinander reden. Sie müssen vielleicht mal was lesen. Sie müssen wieder selbstständig anfangen zu denken. Das ist der wichtigste Aspekt dieser Krise. Es wird keiner umhinkommen, selber sein Gehirn wieder einzuschalten und nicht denken lassen und das einfach abrufen. In der Denke liegt scheinbar meiner Ansicht nach die große Chance. Dann sind sie auch nicht mehr so leicht manipulierbar. Sobald sie selber ihr Gehirn einschalten und selbstständig denken. Das haben wir ja gehört. Und wenn wir dann noch das Gefühl mit einschalten, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Und dann gibt es wieder selbstständige Menschen und keine Masse, die blindlings folgt, was man von oben vorgibt. Oder was die Medien vorgeben. Also die letzte Zeit hatte ich schon, wenn ich auch die Krise jetzt betrachte, schon die Meinung, die verhalten sich wie Lemminge. Wenn da heute einer sagt, springt es dahin und springt den Abgrund runter, dann springen sie runter vor lauter Angst. Weil sie nicht selber mehr denken, gibt es das, ist es möglich, hat das überhaupt einen Sinn, weil hinterfrage und ich hinterfrage alles, was kommt. Weil es hat ja keinen Sinn, ich kann ja niemandem mehr trauen oder könnt ihr noch jeder Mitteilung trauen, die da kommt, das geht ja gar nicht mehr, das kommt ja so viel Schrott. Und wenn ich das nicht hinterfrage, dann bin ich hinterher. Da liegt ein großes Problem in unserer Gesellschaft und da sehe ich die Chance, dass sie jetzt da wieder rauskommt und selber zu denken anfängt. Weil das ist eine wunderbare Sache. Ja, eigentlich ja. Also ich kenne dich ja, du bist ja ein doch und das positiver Mensch und wenn du jetzt mal die ganze Situation anschaust, also jetzt mal Virus hin oder her, so diese ganzen globalen Verwerfungen, mehr Chance, mehr Krise. Dr. Marz hat es vorhin auch gesagt, die Leute müssen realisieren lernen, dass es nicht mehr zurückgeht zur Bundesliga und Champions League und Samstagabend ProSieben mit Blödl-Shows, sondern es wird eine neue Welt geben, wie die auch immer gezeichnet wird. Wie wirst du sie für dich zeichnen? Ich zeichne die neue Welt für mich mehr als Chance. Wieder zum Mensch sein, zurück, raus aus dem Konsum, Terror, raus aus dem Wachstumswahn, raus aus der Gier. Da wird sich, ich sage es nochmal, die Welt wird nicht mehr die gleiche sein, wie sie vorher war. Wie immer das jetzt rausgeht mit dem Virus. Aber sie wird nicht mehr gleich sein. Die Menschen werden sich verändern. Und zwar alle. Wohin auch immer, ist eine andere Frage. Aber sie werden sich verändern. Und da sehe ich eine Riesenchance. Weil, wenn wir so fortmachen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, überhaupt die letzten 30, 40 Jahre, rotten wir uns selbst aus. Es gibt, ich muss jetzt ein bisschen tiefer greifen. Wenn man es mal so, also für mich ist die Erde ein Lebewesen. Man kann sie jetzt Natur als Natur bezeichnen oder als Erde oder als Mutter Erde ist ganz gleich, ist immer das Gleiche. Und ein Lebewesen, das das Leben auf diesem Planet steuert und zur Verfügung stellt. Ja, alle die Lebewesen und alles, was auf dem Planet ist, ist ohne Erde nicht möglich. Und das haben wir auch vergessen. Und ohne diese Natur können wir keine Sekunde überleben. Ganz einfach. Und wir haben es so getan, als bräuchten wir die Erde nicht mehr. Schatz, ich ich sage immer so, ich habe sogar ein Lied darüber gemacht, die Erde liebt uns, sie stellt uns alles kostenlos zur Verfügung, wenn wir mit der Natur arbeiten. Es kostet nichts. Erst wenn wir uns trennen von der Natur und nichts mehr mit den eigenen Nahrungsmittelerzeugungen zu tun haben, erst dann geht die Nahrung ins Geld. wenn ich Fatigue-Produkte kaufe, sind halt sehr teuer. Wenn ich selber koche, wird das Leben schon viel billiger. Auch das biologische Leben wird dann billiger. Und das müssen wir begreifen. Wir sind Teil dieser Natur. Und diese Natur ist nicht zu trennen. In keinem Gebiet, weder auf der Bakterienebene noch bis zum Menschen. Es hängt alles zusammen. und all unser Handeln hat Auswirkung auf alles. Da gab es mal einen Professor, ich weiß nicht, wie er heißt, der hat mal gesagt, wir werden die Natur erst verstehen, wenn wir wissen, was der Flügelschlag eines Schmetterlings in Asien mit dem Gewitter bei uns zu tun hat. Das ist nicht überspitzt, es ist so. All unser Handeln hat Auswirkung auf das System Natur. Es ist nicht nur so, wo wir bewusst schädigen, sondern wenn wir die Natur schädigen, schädigen wir die ganze Natur dieser Erde. Und nicht nur der Teil, wo wir es anrichten, weil die vernetzt ist. Und zwar so vernetzt, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. All unser Handeln hat eine Auswirkung. Und diese Auswirkung werden auch wir als Menschen miterleben, weil wir nicht außerhalb der Natur stehen. Wir sind nicht Beobachter, wir sind mittendrin. Und drum können solche Sachen wie jetzt mit so einem ganz kleinen Virus können solche massiven Beeinträchtigungen auslösen, weil es zusammenhängt. Ich frage mich schon lange, wir wissen alles mit den Antibiotika Resistenzen in den Krankenhäusern. Übrigens, da sterben jedes Jahr mehr Leute wie jetzt in der Corona-Krise gestorben sind, da tut man nichts. Also die wissen wir Bescheid über das. Da kann man sogar Abhilfe schaffen, wenn es die Politik irgendwann mal schaffen würde, das anschafft anzugehen. Aber was passiert mit den Antibiotika auf den Feldern? Dieser Boden, aus dem alles ist, all unser Leben und selbst der Computer und das Geld ist aus dem Boden. Dieser Boden ist ein Lebewesen. In einer Handvoll, in so einer Handvoll Erde gibt es zehn Milliarden Lebewesen. Allerdings nur in einer guten Erde, nicht in einer geschädigten. Und dieses Leben bietet uns alles zur Verfügung, was wir brauchen. Alles. Und wenn wir das schädigen, dann hat das Auswirkungen auf alles. Und das ist es genau, was wir machen. Wir vernichten den Boden, wir machen ihn krank, wir schmeißen Chemie drauf, wir schmeißen Gifte drauf, wir vergiften unser Wasser, unsere Luft und meinen, das hat keine Auswirkungen. Bei Corona sieht man es ja, Lungenkrankheit, wo schlägt es am meisten zu, da wo die schlechteste Luft ist. Ganz klar. Und so ist es überall. Wir müssen endlich begreifen, dass wir mittendrin sind und wenn wir Chaos anrichten, werden wir Chaos ernten. Und dann sind wir hilflos. Wenn jetzt in dem Boden was passiert, mit Antibiotika, der ist auch, die Antibiotika, die wir erzeugen, gehen ja auch wieder raus auf die Felder, bei den Tiere werden sie als Maschmittel eingesetzt, zwar weniger jetzt, aber immer noch. Und es ist schlimm, dass man dann überhaupt nicht forscht drüber, was passiert im Boden mit dem Gift, wo man drauf spritzt, mit dem Kunstdinger, wo man drauf hat, und mit den Medikamente auf dem Boden sind. Was macht das mit dem Boden Leben? Und ich bin der Meinung, dieses Boden Leben ist extrem gestört. Es ist nicht mehr im Gleichgewicht und dann geht die Natur her und versucht das zu reparieren. Also wenn ich dich jetzt so höre, in einen Gedanken zusammengefasst, dann erleben wir jetzt so eine Art Schocktherapie für mehr biologischen Landbau. Also dass durch die Notwendigkeit, dass wir uns wahrscheinlich in Zukunft mehr selber versorgen müssen, dass es Engpässe gibt, dass mehr im eigenen Land produziert wird, dass dann auch ein anderes Bewusstsein sich entwickelt und die Menschen sagen, okay, wie wir es bisher gemacht haben, es war wohl nicht der richtige Weg und jetzt kommt so eine Art Schocktherapie und du machst dann einen Lehrgang in der Fachhochschule und erklärst den Leuten erst mal über biologischen Landbau Ja, die Menschheit hat sich entwickelt bis vor dem Krieg, also bis in die 20er Jahre und ernährt über biologischen Landbau und erst seit die 50er Jahre ging das richtig los mit der Chemie, auch mit der Mechanisierung, die Gewichte, die wir auf, es ist absurd, was wir machen, es ist Höchstgewicht auf einer Straße, aus einer gut ausgebauten Straße für LKW ist 40 Tonnen aber die Bauern werden jetzt sogar gezwungen mit noch höheren Gewichten über die neue Gülle Verordnung auf ihre Ecke rumzufahren auf einem lebenden Boden ist doch absurd ist doch Schwachsinn weil der Boden so verdichtet wird durch das Gewicht dass da gar nichts mehr wachsen kann da sagen sie man sieht breite Reifen kann man die Verdichtung verhindern ist ein Märchen der sinkt nicht mehr ein die Verdichtung ist halt tiefer ich kann es nicht mal mehr aufreißen mechanisch schmale Reifen sinkt ein halbe Verdichtung ganz oben breit Reifen das geht wie ein Kegel nach unten so machen wir das her und das sind alle so Sachen die Gewichte die Chemie auf dem Boden das stört die wir müssen in der Mitte sein auch der Boden muss in der Mitte sein das Leben an sich muss in Harmonie sein und da greifen wir störend ein und zwar ganz gewaltig mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ich sehe die moderne Landwirtschaft in einem gnadenlosen Kampf gegen die Natur und den Kampf haben wir schon verloren ich weiß jetzt genau du bist genau in deinem Element ich kenne dich ja schon viele Jahre ich merke dass sich das richtig bewegt aber wenn du vielleicht uns am Schluss noch so einen kleinen Gedanken mitgeben kannst was du denn jetzt für dich als die oberste wichtigste Aufgabe siehst also du bist schon jemand der sich für die Natur interessiert du hast einen Biohof Grimbacher heißt es glaube ich und wir blenden natürlich dann auch unten im Text die ganzen Seiten ein wo ihr euch informieren können wo ist denn der Huper die aus deinem Umfeld können sich dann bei dir auch versorgen aber was geht mit was für eine Motivation gehst du jetzt in diese ganze Transformation hinein ich gehe in der Motivation dass es besser wird und zwar gewaltig besser wir werden ein anderes System kriegen weil das jetzige ich nenne es Raubtier Kapitalismus ist bereits tot wir wissen nur noch nicht wir kriegen ein ganz anderes System und das wird durch diesen Schock anders sein weil die Menschen nochmal zu denken anfangen es wird ein humaneres umgehen miteinander und miteinander meine ich nicht nur zwischen den Menschen sondern zwischen der ganzen Schöpfung ein besseres miteinander mit den Tieren raus aus der Massentierhaltung zum Beispiel das wäre ein Schlagwort ein besseres Miteinander wie mit den Pflanzen Pflanzen sind Lebewesen mit Pflanzen kann man sich unterhalten und wenn man sich mit Pflanzen unterhält dann wachsen sie auch anders das wissen wir aus Erfahrung ja es ist so die nehmen das auf die nehmen die Schwingungen auf wir sind vernetzt bis in den Boden rein das haben wir natürlich vergessen die Alten wussten es die haben immer mit ihren Pflanzen geredet und bei uns wir essen eine Nahrung die tot ist wir essen ja nicht nur Nahrung wir essen ja Leben nahrung ohne diese Lebens information können wir gar nicht überleben dahingehend wird sich entwickeln ich denke dass die waren es gibt ja sehr viele waren ich bin ja nicht einzige die schon lange sagen so geht es nicht weiter wir können so nicht weitermachen alles lächerlich keiner hat gehört alles hat drüber gelacht so jetzt sind wir auf dem Punkt jetzt ist das Lachen bereits gestorben es lacht keiner mehr und jetzt werden sicher wird es wieder einige geben das kommt darauf wie das jetzt weiter läuft wir sind ja nicht am Ende dieser Krise sondern wir sind am Anfang nach der Corona Krise kommt die Wirtschaft Krise wie die ausatmet ist ein ganz anderer Punkt da will ich mich gar auslassen es wird es wird harter in der Wirtschaftskrise wie in der Corona Krise also dessen bin ich mir fast sicher da müssen wir noch um einiges durch und glaub mir eins der Mensch ändert sich nicht im Wohlstand er braucht eins auf dem Deckel damit er begreift dass er sich jetzt ändern muss dass jetzt Spaß ein Loch hat oder dass die Spaß Gesellschaft jetzt nicht mehr so funktioniert wie sie bis jetzt war er ändert sich nicht anders er muss er muss einen vor den Latz kriegen oder wie immer man das bezeichnen mag er muss einfach einen etwas kriegen wo plötzlich sagt hallo da bin ich ja völlig hilflos und niemand kann mir helfen kein Politiker kein Wissenschaftler wenn ich bedenke wie die Wissenschaftler hilflos sind gegen den Virus nichts keiner hat irgendetwas nur das Immunsystem das ist das einzige was uns helfen kann und das geht mit Angst nicht also fröhlich sein jetzt haben wir Sonnenschein raus an die Sonne gibt nichts besseres für das Immunsystem rein in den Wald auch mal mit Bäumen reden oder sich an einen Baum lehnen und die Kraft eines Baumes spüren rein raus auf die Natur so weit man darf bei uns geht es ja einzeln und auch mal horchen und mal fühlen und mal riechen um eins mit der Natur zu werden ich sage euch eins wenn man das Gefühl mal erlebt hat in Einheit mit der Natur zu sein kann man alles vergessen alles ich habe das schon öfters erlebt und wenn man im Einklang mit der Natur ist dann ist man im Einklang mit sich selbst dann bin ich zurück da wo ich herkomme ja dann das ist ein Gefühl ja fast an sich mit Worten nicht zu beschreiben im Einklang mit mir und der Natur zum sein da brauche ich nichts mehr da komme ich glücklich und zufrieden heim ohne dass ich was gekauft habe dass ich was geshoppt habe oder irgendwas verrücktes brauche da bin ich einfach nur zufrieden das Erlebnis wenn wenn ein Großteil der Menschen machen würde dann hätten wir eine andere Welt dann hätten wir eine total andere Welt vielleicht und ich sehe jetzt die Chance dass sie zurückkommen dass sie wieder in das zurückkommen aus dem sie sind ja wir können nicht anders leben und Wohlstand Reichtum Überfluss machen nicht glücklich sondern die erzeugen Gier und wenn ich Menschen frage was ist das wichtigste im Leben ja Gesundheit Glück Zufriedenheit das sind alles Sachen die ihr euch nicht kaufen könnt warum kauft ihr dann so Blödsinn zusammen warum kauft ihr dann Sachen die ihr morgen wegschmeißt wenn ich höre dass 40% der Damenkleidung niemals getragen wird dass man das rein aus Shopping macht ja und dann kommt man heim und zieht es nicht an hängt es in den Schranken ein bis er kracht und was hat man kein Glück keine Zufriedenheit gar nichts Frust dann brauchen wir wieder was das stillt doch nicht den Hunger wir haben Hunger nach Zufriedenheit nach Glück nach innerer Zufriedenheit nach Glück und nach allem nach dem haben wir Hunger und wenn wir das bieten dann brauchen wir den Blunder drumherum nicht das ist doch leicht zu begreifen oder dann dann können wir dann haben wir auch eine andere Umgehungsweise miteinander dann brauchen wir nicht dann brauchen wir nicht das Auto das der Nachbar hat oder eine Nummer größer das brauche ich nicht ich bin viel zufriedener als der mit dem riesen Schlepper der weit größer ist wie ich selber das brauche ich nicht ich habe überhaupt keinen Ansatz dafür ich bin mit dem zufrieden was ich habe und das geht eigentlich nur wenn ich da kommt da kommt da nicht nur zufriedenheit da kommt der Optimismus für die Zukunft da hast du auch keine Angst der kann kommen was will das schaffen wir einfach bei mir kann kommen was will stellt nie ihr Gefahr dar kann ich dir zum Schluss noch eins sagen als ein Mensch der in der Stadt wohnt und ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und für meine Familie aber wir haben nicht vergessen wo wir herkommen und mein Respekt geht dann geht an dich und auch an alle von deinem Stand an alle Menschen die da draußen arbeiten und die mit der Erde arbeiten die die Bauern sind und unser Vertrauen ist groß in euch dass ihr auch in der Krise euren Mann steht den Baum steht der Bauer war schon immer das Rückgrat der Gesellschaft schon zu allen Zeiten und da haben wir Vertrauen darin dass ihr das auch jetzt in der schweren Zeit seid ich weiß die Bauern haben viel gelitten in den letzten Jahrzehnten gerade ab den 50er Jahren ich lebe hier in Sachsen da gibt es nur noch sehr wenige kleinen Bauern aber jetzt in der Zeit wenn die Krise da ist sei du und auch alle anderen die da arbeiten die uns vielleicht zuhören sei dich bewusst hier sind echt viele Menschen wir haben echt Vertrauen in euch dass ihr stark steht und dass ihr dafür sorgt dass es weitergeht dass das Leben weitergeht und danke auch dafür jetzt glaube ich sehr früher habe ich die Stadtbevölkerung nicht glaubt ich habe immer im Vortrag mit dir mal gesagt ich bin groß geworden da war das Wort Bauer ein Schimpfwort es war wirklich unterste Klasse zum Teil bei vielen war es heute noch und als Biobauer war es eh der aber das ändert sich das hat sich schon geändert und ich weiß auch dass sich in einer Krise jeder ich habe es ja vorher alles schon erklärt das Gefühl wir brauchen die der liefert uns das was ich zum Leben brauche und ich glaube wenn wir das erreichen was du jetzt auch gesagt hast vor wenn wir das erreichen dass die auch die Stadtbevölkerung nicht nur die vom Land auch wieder sagt wir brauchen die wir haben eine Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft dann haben wir schon sehr viel erreicht was vor fünf Jahren undenkbar gewesen wäre also darum bin ich auch so zuversichtlich weißt du darum bin ich so optimistisch weil das was wir jetzt erreicht haben das ist schon ganz ganze Masse ja jetzt müssen wir nur noch unsere Politik dazu bringen eine Landwirtschaftspolitik zu machen und keine Industriepolitik auf der Landwirtschaft das war der größte Part aber ja wenn die Bauern draußen das auch so begreifen und ich glaube die denken auch um dann wird die Regierung nicht umhin können eine Landwirtschaftspolitik zu machen und nicht die kleinen zu vernichten und die großen Industriebetriebe zu fördern so viel wie es geht ja weil bis jetzt war ja oberstes Gebot die Vernichtung unter Kleinbetriebe ja das nennt man Strukturwandel statt Bau und Sterben und wenn wir wenn die Krise jetzt nicht gekommen wäre hätte die neue Düngeverordnung die man uns aufs Auge gedruckt hat an der auch wir Biobauern ganz schön beißen müssen wollen wir gar nichts dafür kennen hätte einen Schwung von Betrieben das Leben gekostet und zwar verdammt viel ja das hätte keinen Strukturwandel mehr gäst sondern wir hätten einen Strukturbruch die kam im letzten Moment und darum bin ich noch zuversichtlicher weil das ging alle die uns kaputt machen wollten die stehen jetzt vor dem Nichts nennen wir es einmal so und da bin ich fröhlich und lustig darum ich sehe laut ich sehe lauter positive Sachen an dieser Krise ja dass Menschen sterben müssen ist ganz normal das müsste eigentlich jeder wissen ja wenn er im Auto stirbt juckt es niemand ich war lange nur bei Feuerwehr und hab die Halbtoten und Toten rausgeschnitten das hat niemand gejuckt dass da ein Toter drin ist und beim Thema Geschwindigkeitsbegrenzung haben die hunderte von Toten keine Rolle gespielt komisch jetzt muss man jeden retten sicher ist jeder Tote einer zu viel aber ohne Tod geht es halt nicht weil Leben und Tod gehört zusammen untrennbar und dann kommt noch der richtige Ausspruch Tod gibt es nicht ganz einfach es gibt keinen Tod es gibt keine Verwandlung es gibt eine Verwandlung in etwas Neues in etwas anderes weil wir bestehen aus Geist wir sind multidimensionale Wesen die nicht nur den Körper haben unser wichtiges Faktor ist unser Geist und Geist kann man nicht vernichten es geht nicht mal mit Atombomben ganz einfach Energie wir sind Energie Energie kann man auch nicht vernichten also können wir auch nicht sterben wir kommen wieder als was immer das können wir uns ja wenn man weise ist kann man sich das im Leben schon raussuchen als was man das nächste Mal wieder inkarniert also so weit und ich glaube das ich sage nicht nur alles was ich sage glaube ich auch so haben es die Alten gemacht und so gibt es viele Leute die das heute noch machen die es wissen die die Geheimnisse des Lebens ein bisschen verstehen lieber Hubert ich versuche gerade die ganze Zeit da irgendwie so einen Schnitt reinzubringen aber du bringst jedes Mal ein Thema wo ich weiter zuhören möchte wir sind schon so weit gekommen heute in der Sendung und ich würde gerne jetzt da auch einen Punkt machen ich habe jetzt aber ein gutes Gefühl mitgenommen von dem was du gesagt hast weil da sehr viel positive Schwingung drinsteckt und auch gewisse Hoffnung in dieser durch die Krise ich würde jetzt einfach mal sagen ich danke dir sehr für deine Arbeit und vor allem danke ich dir und allen anderen so wie es Frank gerade auch gesagt hat noch mehr für die Arbeit die auf euch zukommt ich glaube das Wort Bauer wird in Zukunft nicht wieder als Schimpfwort gelten sondern eher das Gegenteil habe ich das Gefühl ich mag es ja jetzt schon und ich bedanke mich bei euch dass ich das anbringen konnte dass das hinausgeht in die Welt ich bin ja recht zuversichtlich von den Einschaltzahlen die ihr habt jetzt mittlerweile ist es kein Problem und dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte das Ganze auch etwas als Chance zu sehen und ich wünsche euch alles Gute macht es weiter so weil die Arbeit die ihr macht das ist unverzichtbar ja die brauchen wir genauso dringend wie die Bauern da will ich keine Abstriche machen weil im Kopf geht es los so wie die ja unsere modernen wie soll ich sagen Beeinflusser direkt in unsere Köpfe wollen so müssen wir auch in die Köpfe hinein und wenn wir da drin sind dann haben die nicht so viel Platz und wir müssen halt mit positiven Gedanken mit unseren Gedanken in die Köpfe der Menschen rein und dass sie dann selbstständig denken und auch die richtigen Programme einschalten und nicht mehr das was sie irre führt wunderbar ein schönes Schlusswort an dieser Stelle sage ich danke euch allen für die Runde heute wir haben viel gehört viel gemacht euch liebe Zuschauer sage ich danke fürs Zuschauen fürs Einschalten und nicht vergessen immer wieder einschalten noviesoplus.de da müsst ihr es anschauen und in diesem Sinn bis zum nächsten Mal Homeoffice Nummer 11 steht schon bald an bis dann tschüss tschau 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 tschau